Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 485. Mein Name ist René außerdem heute mit dabei, Frau Patricia. Hallo. Der Herr Marvin. Guten Abend. Und der Duke. Ja, servus, hallo. Ja, wir haben von der Eintracht passend zur heutigen Sendung ein kleines Ei ins Nest gelegt bekommen. Wir müssen uns gleich sehr intensiv mit der Thematik Kostic beschäftigen. Bevor wir dazu kommen, aber natürlich wie immer am Anfang einer jeden Sendung, möchten wir die Gelegenheit nutzen in unserer kleinen Housekeeping Rubrik und uns bei unseren Supporterinnen und Supportern bedanken. Die uns hier tatkräftig Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr unterstützen und dafür sorgen, dass wir zum Beispiel eben über so spannende Themen wie Philipp Kostic, aber auch viele Tore gegen die Bayern und einen Supercup gegen Real heute sprechen können. Und diese Woche geht der Dank stellvertretend an die Ann-Christin, den Jakob, die Tina, die Svenja und J und P. Da wusste ich nicht, wer hinter J und P steckt. Von daher einfach beide Initialen hier aufgeführt. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns unterstützt. Und ja, wer uns noch nicht unterstützt, aber wissen will, wie das geht, der schaut mal auf unserer Website eintracht-podcast.de vorbei. Da gibt es eine Support-Seite und da findet ihr alle Möglichkeiten, wie ihr dazu beitragen könnt, dass wir hier Woche für Woche aufnehmen. Und Patricia sich zum Beispiel ein neues Mikrofon gekauft hat. Aha! Yay! Genau. So, und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Highlight-Thema. Heute im Laufe des Tages zogen dunkle Wolken über Frankfurt auf, als dann doch relativ schnell bekannt wurde und auch von der Eintracht bestätigt wurde, dass Philipp Kostic sich in finalen Gesprächen mit einem neuen Arbeitgeber befindet. Auf der Pressekonferenz hat Oliver Klasner gesagt, dass er da gestern Abend so gegen 11 Uhr drüber informiert wurde, dass das jetzt diese Richtung aufnimmt. Kostic war jetzt heute Morgen noch mit im Training und ist dann jetzt aber nicht mit nach Helsinki geflogen. Unter anderem, so wurde es gesagt, auch auf Wunsch des neuen zukünftigen Klubs, dass man da eben kein Risiko eingehen will. Bevor wir gleich zu dem, was Klasner sonst noch so auf der PK gesagt hat und was vielleicht so Rand- und Rahmenbedingungen dieses Wechsels sind, natürlich erstmal die Frage an euch in die Runde, was macht das jetzt mit euch, dass wir jetzt da Klarheit haben in dem Thema? Marvin, fang du doch mal an. Ach, also du sprichst die unterschiedlichen Gefühle schon an, weil du ja sagst, auf jeden Fall hast du ja jetzt Klarheit da. Aber für mich ist natürlich jetzt erstmal gewisse Traurigkeit da, denn ein Spieler, der kaum ein Zweiter in den letzten Jahren, der Eintracht einen absoluten Stempel aufgedrückt hat, bei dem ich auch immer dieses Feuer gespürt habe, trotz der Tatsache, dass wir letztes Jahr immer so leichte Querelen hatten, da war dieses irrwitzige Gerücht bezüglich Lazio schon da, aber auf dem Platz hat er immer 100% Vollgas gegeben, kompletter Musterprofi und jemand, den ich immer als sehr sympathisch betrachtet habe. Und ich muss sagen, wir haben lange auf den Außen unsere Probleme gehabt. Als er plötzlich da war, war das alles passé und da muss ich echt sagen, da geht ein ganz, ganz großer Fußballer, weil ich glaube, der die Eintracht mit in der vielleicht erfolgreichsten Zeit der jüngeren Geschichte der Eintracht unfassbar geprägt hat. Insofern würde ich schon sagen, ja, ich bin ein bisschen traurig. Patricia, was macht das mit dir? Ja, ich glaube, Marvin hat es schon gut beschrieben. Ich bin auch nicht nur ein bisschen traurig, muss ich sagen. Ich habe mich heute da dann auch ein bisschen mit beschäftigt, noch so mal die besten Momente von Kostic mir angeschaut. Und ich muss sagen, da musste ich schon so ein bisschen schlucken, weil es dann ja irgendwie doch traurig ist, wenn man bedenkt, was hat man überhaupt alles zusammen erlebt. Das ist schon krass, der ist ja jetzt auch schon mehrere Jahre hier, ich glaube, seit 2018, also vier Jahre. Das ist schon eine Zeit. Und wenn man bedenkt, was in diesen vier Jahren alles passiert ist, das ist schon krass. Und er war halt wirklich unumstrittener Stammspieler, hat der Eintracht sportlich weitergeholfen, war bis auf den Streik im letzten Sommer eigentlich menschlich auch immer top, kaum verletzt auch. Ja, das ist halt, da verlässt einen einen Spieler, mit dem man wirklich viel verbunden hat und ja, den man über die Jahre echt gern gewonnen hat. Und das ist schon traurig. Aber wie ihr schon sagt, ja, wenigstens ist Klarheit da. Also ich glaube, es hat wirklich an all unseren Nerven gezerrt jetzt. Dieses Hin und Her, bleibt er, geht er, bleibt er doch, geht er zu West Ham, geht er zu Juve, das hat alles genervt, muss ich sagen, mittlerweile nur noch. Und ich bin froh, dass das jetzt irgendwie zumindest ein Ende gefunden hat und wir jetzt nach vorne schauen können und auch der Verein. Also du weißt jetzt, es ist nicht am Deadline Day passiert, es ist jetzt passiert. Und man hat zumindest noch, ja, zwei, drei Wochen, um mal zu schauen, muss man sich vielleicht da nochmal betätigen auf dem Transfermarkt. Wie fängt man das jetzt auf und wie möchte man weiter verfahren? Und ich glaube, das ist schon mal wichtig, dass das nicht sich jetzt wirklich bis in die letzten Tage gezogen hat. Dennis? Ja, toll schon zusammengefasst von euch zwei. Absoluter Leistungsträger, jemand, den wir auch gerne als, ich nenne es mal Rückennummer, auch im Stadion siehst du das ja häufig doch, dass viele sich auch für immer noch für zehn Kostic entschieden haben, obwohl ja schon mal diese Wechselambitionen offenbart wurden. Nein, absoluter Musterprofi. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem wichtigen Punkt, den ihr auch schon angesprochen habt. Es macht mir ein bisschen Angst, weil eben genau diese Vakanz auf dieser Position, diese Leistung irgendwie wieder, ja, irgendwie ausgleichen zu können. Und nachdem dann auch diese Woche eh schon so blöd angefangen hat mit letztem Freitag, worüber wir ja nachher auch noch sprechen und dann noch diese Meldung heute. Also das war schon, wo ich, ja, es macht mir einfach ein bisschen Angst, dass hier so viel Qualität verloren geht, dass wir uns einfach schwer tun und lange brauchen, um das irgendwie aufzufangen. Und das stimmt einfach heute mit, abgesehen von den ganzen Punkten, die ihr schon angesprochen habt. Absoluter Leistungsträger geht, sympathischer Typ, ja, auch der uns lange begleitet hat. Klar tut das weh, aber auch gerade diese sportliche Komponente ist schon Wahnsinn, was das bedeuten kann. Beziehungsweise ich bin gespannt, ob wir, Patrizia, du sagst es richtig, nochmal reagieren, auch auf dem Transfermarkt, ob wir es irgendwie auch mit einem Systemwechsel nochmal versuchen. Aber es ist ja nicht das erste Mal, dass wir auf den Außen Probleme oder Problempositionen haben. Und ja, wenn da so ein Potenzial, den du im Kader hattest, jetzt wegfällt, wird es bestimmt nicht leichter. Aber René, wie siehst du es denn? Du hattest gerade eben einen Punkt angesprochen, da musste ich schmunzeln, als es um diesen T-Shirt-Flock ging. Ich habe über Jahre hinweg, wenn ich Eintracht-Trikots gekauft habe, kein Flock mehr hinten drauf gehabt. Und im letzten Jahr habe ich tatsächlich mal wieder ein Trikot mit Flock hinten gekauft und jetzt rate, was da hinten drauf ist. Ich glaube, das sagt auch schon relativ viel. Vor allem auch, wenn man bedenkt, ihr hattet jetzt diese Streikgeschichte da im letzten Jahr angesprochen. Aber wenn man mal noch ein Stückchen weiter zurückgeht, als Philipp Kostic zur Eintracht kam, mit was für einer Geschichte er da kam, wo er irgendwie verschrien war als Abstiegsgespenst, wo er bei Stuttgart nicht funktioniert hat, wo er beim HSV nicht funktioniert hat, wo alle gesagt haben, mit dem werdet ihr irgendwie euren Ärger haben und das wird nicht funktionieren. Und jetzt geht er nach, ich habe gerade eben mal auf Transfermarkt.de in die Statistik geguckt, 171 Spiele für die Eintracht, 33 Tore, 64 Vorlagen, 22 gelbe Karten, eine rote Karte und war letztes Jahr in der Euroleague Spieler des Cups. Also ich glaube, da kann man einfach nur sehr dankbar sein und auch durchaus dankbar sein, wie Patrizia es ja auch gesagt hat, dass man jetzt eben noch zwei, drei Wochen Zeit hat zu reagieren und es eben nicht erst am 1.9. um 15.52 Uhr passiert ist und man dann jetzt in die Röhre guckt, sondern dass man da eben jetzt nochmal drüber nachdenken kann, was zu tun. Und vorausgesetzt, das ist denn mit den finanziellen Mitteln, die dabei jetzt rumkommen werden, denn möglich, da was zu machen, aber man ist auch ganz klar, egal wie viel Geld du da jetzt in die Hand nimmst, einen gleichwertigen Ersatz wirst du nicht finden. Also du wirst jetzt da mit einem Kompromiss arbeiten müssen und entweder einen anderen Spieler für diese Position finden, der dann aber nicht genauso spielen wird wie Kostic oder du wirst halt dein System auf die Spieler im Kader umstellen müssen, die halt dann da sind. Das ist halt eben jetzt die Frage, wie es dann jetzt weitergeht. Aber ich hatte, glaube ich, Marvin zwischendrin kurz gehört und er wollte, glaube ich, was sagen, oder? Ja, ich glaube, wir können ja gleich zum Sportlichen kommen, aber ich finde, man kann ja auch nochmal ein bisschen beleuchten, wie das jetzt alles kam. Ich denke, jeder war eigentlich nach der Saison einigermaßen klar, dass jetzt vielleicht der Zeitpunkt gekommen ist, dass Philipp Kostic, der letztes Jahr schon jedes Interesse hatte, dann wirklich die Eintracht auch verlässt. Ich muss halt nur sagen, ich habe mich dann zwischenzeitlich in falscher Sicherheit wiegen lassen, ja, oder gewogen, je nachdem, schreibt uns mal, was der richtige Ausdruck ist. Denn im Endeffekt war es da dann so, dass ich dann gedacht habe, okay, vielleicht geht er ja jetzt doch nicht, denn irgendwie war Juve dran, dann holt Juve einen anderen Spieler, dann kam plötzlich West Ham, dann denkst du, Alter, was ist so, West Ham, wir spielen Conference League, Alter, wir spielen Champions League. Und dann war dann irgendwie plötzlich die Flamme war dann doch wieder, er hat ein wenig größer gelodert, da habe ich gedacht, vielleicht, vielleicht geht er ja doch was mit, er hat ein neues Angebot gemacht, hat ihm wesentlich mehr Geld geboten, er schien auch im Trainingslager sehr motiviert zu sein und das ist er natürlich, ist auch dieser Typ. Dann habe ich gedacht, vielleicht, vielleicht bleibt er, aber im Endeffekt muss man ja auch sagen, er hat ja relativ früh gesagt, er würde ganz gerne nochmal nach Italien. Juve war auch so sein Klub, bei dem er ja schon gedacht hätte, dass er vielleicht unterkommen könnte und jetzt ist es halt so gekommen. Es ist ein bisschen traurig, ich finde, er verabschiedet sich aber trotzdem auf dem absoluten Höhepunkt, als ein Spieler, der die Eintracht über Jahre hinweg herausragend geprägt hat, seine Tore und damit meine ich nicht nur dieses unfassbare Tor gegen Barcelona, wo wir alle, glaube ich, den größten Rausch, Fußballrausch unseres Lebens, ja, würde fast sagen, also der eine mag das andere bewerten, aber ich fand, dieser Barcelona-Exzess im positiven Sinne, das war unfassbar und ich glaube, da ist er ein ganz, ganz wichtiger Teil und dementsprechend kann ich ihm nur dankbar sein. Und jetzt können wir ja gerne dann auch zum Sportlichen kommen, aber allein die Tatsache, dass er uns roundabout 18 Millionen wahrscheinlich einbringt, für ein Jahr Vertrag ist auch nicht so schlimm. Das ist was Wichtiges, Marvin, was du nochmal sagst, denn auch das hat mich ein bisschen, wie du schön sagst, in Sicherheit gewogen, dass es auf einmal hieß, naja, für 10 Millionen oder die Ablössumme, das war ja skurril wenig, wo ich gedacht habe, auch dafür wird die Eintracht wohl eventuell in den sauren Apfel beißen. Darauf verzichten, da spielt er eben erst mal nur noch ein Jahr bei uns, aber jetzt die momentan gemeldeten, ich habe sogar irgendwas gelesen mittlerweile von 18 plus Boni, also dann wäre es ja wirklich ein sehr, sehr guter Deal. René, ich glaube, du hattest vorhin ins Dokument 15 bis 16 plus Boni. War das, was ich hier, Christopher Michel auf Sport1 hatte, das geschrieben, dass wohl nach deren Informationen es so einen Grundbetrag von 15 bis 16 Millionen gibt, plus halt eben die 3 Millionen Boni. Also ich sage mal, alles, wie auch Marvin schon sagt, alles um die 18 Millionen ist für ein Jahr Restvertrag und einem Spieler, der halt auch schon 29 ist er, glaube ich. Also muss man auch und er wird auch dieses Jahr dann noch 30, das heißt, es ist kein so schlechter Deal. Trotzdem, es tut weh und es ist natürlich sportlich wahnsinnig schwierig. Ich wollte gerade sagen, das musst du halt irgendwie schon so ein Stück weit in Relation setzen. Klar ist das für einen Spieler in dem Alter mit der Konstellation Restvertrag ist das sicherlich keine schlechte, keine schlechte Konstellation. Gröscher hat ja auch, glaube ich, relativ am Anfang gesagt, was er nicht möchte, ist eben mit Spielern ins letzte Vertragsjahr gehen. Dann wäre für ihn eher so die Option verlängern oder halt eben verkaufen. Also wenn man das mal rein betrachtet, dann ja, aber wenn man halt betrachtet, was uns als oder der Eintracht spielerisch da verloren geht, dann kannst du das halt eigentlich nicht so unbedingt damit aufwiegen. Das stellt uns halt jetzt schon vor Voraussetzungen. Klar will man nicht abhängig sein von einem Spieler und klar haben wir mehr Variabilität jetzt auch durch das Mittelfeld. durch den Knauf auf der rechten Seite, durch den Sturm. Aber Kostic war halt schon auch in der Vergangenheit ein wichtiger Faktor, was halt eben den Spielaufbau, die Offensive, die Flanken und so weiter anging. Das wirst du jetzt erstmal irgendwie wieder ein Stück kompensieren müssen. Ja, für die Bedeutung, auch für die sportliche Bedeutung, die er für den Verein hat, ist das natürlich kein Ausgleich. Also wenn du dann sagst, ja, du bekommst 15 bis 18 Millionen, ja, klar, ich glaube, so kann man es nicht aufrechnen. Letztendlich, ich glaube, wenn man wirklich nüchtern das Fußballgeschäft betrachtet, ist es ein ordentlicher Deal. Aber klar, was das für ein Loch in die Mannschaft reißt, dafür entlohnt das jetzt gar nicht mal so gut, muss man sagen. Das ist halt, ja, ich glaube, wir hätten alle gesagt, ja, gib uns halt 40, 50 Millionen für einen Spieler dieses Kalibers. Was natürlich völliger Quatsch ist im Business an sich, aber halt, was er halt für eine Lücke in die Mannschaft reißt, ne. Das ist, ja, so ein, so ein, ja, so eine ärgerliche Sache wieder. Also das macht einen halt traurig, wenn man bedenkt, ja, du hast jetzt wieder dieses Problem, Leistungsträger geht und du musst schauen, wie es weitergeht. Aber letztendlich, gut, vielleicht muss es gar nicht so weitergehen, vielleicht muss es anders weitergehen und ich glaube, die Eintracht hat dafür, ja, genug Breite im Kader, um zu schauen, dass man da vielleicht auch Änderungen vornimmt. Weil letztendlich muss man sagen, das System war auch schon stark auf ihn zugeschnitten. Also irgendwie hat das ja seine Stärken hervorgehoben. Klar, er musste immer diese für ihn lästige Defensivarbeit mittragen, aber alles in allem hat ihm das ja auch sehr gelegen. Also, dass man da halt wirklich sehr viel über die Außen geht und, ja, jahrelang eigentlich nur über Links gekommen ist. Es war alles darauf zugeschnitten, dass Philipp Kostic seine Top-Leistung bringen kann. Und, ja, jetzt muss man halt schauen, wenn er nicht mehr da ist, wie geht's weiter und kann das überhaupt so weitergehen? Oder muss man da vielleicht mal schauen, ob es nicht noch andere Systeme oder andere, ja, Ideen gibt, wie man das Spiel jetzt gestalten kann? Aber, Patrizia, an sich muss man aber doch sagen, lange Zeit haben wir ja eigentlich nicht, weil wir das unbedingt wollten, dass das System Kostic immer nur über Links läuft und er seine Leistung bringen muss. Sondern es war ja oft auch, ja, der Notfallplan, weil eben die ganzen Rechtsaußen wie ein Da Costa, Chandler etc. Durm alle ja nicht so richtig funktioniert haben. Und jetzt haben wir ja wirklich jemanden auf Rechtsaußen, der, ja, ich sag mal, gute Qualität bringen kann. Deshalb ist es umso, ich sag mal, sehr schade, weil ich glaube nicht, dass auf der anderen Seite ein Knauf den gleichen Job, sag ich jetzt mal blöd gesagt, machen kann, dass du jetzt alles sagst. Na gut, dann verlagern wir eben mal die ganze Geschichte nach rechts und machen einen mittelklassigen Links-Außen-Verteidiger dahin, der eben nicht diese Ausnahme oder, ja, ich nenne es jetzt mal überragenden Flanken spielen kann, Läufe über Außen machen kann, wie das ein Kostic gebracht hat. Aber ich glaube, da haben wir wieder ein Fehlverhältnis. Deshalb, ich sehe es schon so, dass wir gucken müssen. Und das ist eben die Frage, reicht der aktuelle Kader wirklich, um entsprechend diesen Ausfall adäquat zu ersetzen und uns nicht wieder in eine Zwangslage zu bringen, dass man, ja, gerade jetzt über die rechte Seite alles versuchen muss und hoffen muss, dass Ansgar Knauf im Endeffekt seine überragenden Spiele macht. Das hoffe ich natürlich nicht. Oder alles über die Mitte laufen muss jetzt, dass man eben Halsbringer, Götze etc. versucht, ständig in Szene zu setzen. Gerade dieses Breite muss man eben schauen, ob man das decken kann. Ich glaube, der Kader, den wir momentan haben, bin ich mir nicht sicher, ob wir da wirklich das schon haben. Oder seht ihr das anders? Tja, also ich glaube, du hast viele Aspekte angesprochen, bei denen man überlegen muss, wie man agieren will. Weil auf der einen Seite ist es natürlich auch eine Möglichkeit, das System jetzt dementsprechend auch ein bisschen umzustellen. Ich kann aber auf der anderen Seite natürlich auch nachvollziehen, dass du halt sagst, ja, wenn du jetzt so weiterspielen willst, wie du zuvor gespielt hast, dann ist es natürlich durchaus ein Problem, dass jetzt der arme Ansgar jetzt derjenige ist, auf den jetzt sich alle Augen richten. Denn ganz klar ist auch Farid Aledou, der immer wieder sehr gute Ansätze zeigt und ich glaube, auf der Linksaußenposition irgendwann mal auch eine sehr, sehr gute Option werden kann, ist aber halt nicht jetzt derjenige, der sofort dort kickt und der sofort auch auf internationalem Niveau. Stell dir mal vor, wir wären jetzt Achter geworden oder Neunter und hätten halt ein bisschen Pech nicht geschafft, die Euroleague zu gewinnen. Dann wären wir jetzt nur in der Liga, hätten vielleicht trotzdem im Pokal weitergekommen, hätten jetzt diese zwei Wettbewerbe. Ich glaube, dann würden wir halt nicht nochmal darüber nachdenken, eine Verpflichtung zu tätigen, sondern würden halt mit dem, was ja eh unabhängig davon war, Farid Aledou, den wir kostenfrei bekommen haben, wäre das dann vollkommen in Ordnung. Aber die Situation halt, dass wir jetzt in der Position sind, in der Champions League zu spielen, wird uns wahrscheinlich dazu zwingen, nochmal auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. Und ich glaube sogar ganz gleich, ob wir genau so weiterspielen in diesem Konzept oder ob wir was anderes machen. Denn ich kann mir durchaus vorstellen, dass zumindest für einige Spiele auch ein Mario Götze auf diese linke Position gehen könnte. Ich weiß nicht, wie, ich habe das nur an Ansätzen gesehen, wie gut er das gemacht hat in den Niederlanden, aber es war ja tatsächlich so, dass er auch auf die Außen ausgewicht ist. Aber ob das ein Konzept ist auf internationalem Niveau, das mag ich aktuell noch nicht beurteilen. Ja, da werde ich auch ein bisschen zurückhalten. Ich meine, du hast es angesprochen, internationales Niveau. Und es ist ja nicht nur, dass wir in der Champions League spielen, sondern es gab ja auch die klare Aussage, sowohl vom Trainer als auch von Kröscher, dass das Ziel schon ist, die Gruppenphase auch zu überstehen. Und wenn du mit dem Ziel da reingehst und da jetzt auch dran festhältst, musst du eigentlich da nochmal realistisch irgendwie nachlegen, ja. Aber gut, Gruppenphase zu überstehen im Sinne von mindestens Dritter zu werden und in der Euroleague weiter zu kicken, oder? Also Gruppenphase Champions League wirklich zu überstehen, ist das das ausgegebene Ziel? Das wäre natürlich... Also das wäre meine Definition von überstehen. Ja, würde ich auch sagen. Okay, okay. Also ich gehe auch davon aus. Du kannst ja zumindest mal angehen, ne? Ich meine, wenn du da nichts reißen willst, dann brauchst du ja den Wettbewerb nicht anzutreten. Dann kannst du die Mannschaft abmelden und den Laden zumachen. Also einen gewissen sportlichen Ehrgeiz brauchst du da halt schon. Und dann kann eigentlich aus meiner Sicht jetzt nichts sein nach dem Motto, ja dann, wir wollen halt mindestens Dritter werden, um in den kleineren Wettbewerb zu rutschen. Verstehe ich. Bin ich auch voll bei euch. Aber man muss sagen, wir haben es am Freitag gesehen, dass natürlich, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber wenn du natürlich hier Hauruck und Vollgas und es gibt natürlich auch entsprechende taktische Mittel, dann eventuell auch mal ein Spiel vielleicht nicht wunderbar oder nur Vollgas oder versuchen, das zu gewinnen, sondern vielleicht reicht dann auch mal ein Unentschieden, um entsprechend Platz drei in der Champions League zu erreichen. Könnte ich mir schon vorstellen. Aber das ist alles Spekulation jetzt. Ich wollte nur sagen, es sind... Du musst halt dann cleverer sein als am Freitag. Das ist schon klar. Aber zu einem Freitagsspiel kommen wir gleich noch. Aber das finde ich spannend. Aber trotzdem finde ich es sehr interessant, weil, also ich meine, die Sache ist trotzdem, theoretisch haben wir einige Optionen. Und die Frage ist nur, ob die Qualität ausreicht, genau dieses Konzept zu spielen. Weil wir haben auch ein Höige, ich glaube, jetzt habe ich es mal richtig ausgesprochen, für all diejenigen, die jetzt ganz genau... Was ist der Patrizia Urteil? Die ist da Fachfrau? Ja, aber ich sehe sie gerade nicht, aber ich hoffe mal, auch virtuell senkt sie nicht den Daumen. Also ein Höige, noch mal so ausgesprochen. Ist ja auch jemand, der das schon mal gemacht hat. Aber alle Optionen sind irgendwie ganz interessant und könnten auch über ein paar Spiele uns auch helfen, aber sind wahrscheinlich halt nicht das, wo ich sage, okay, das ist das Konzept, wenn wir genau so weiterverfahren wollen. Aber vielleicht seht ihr auch noch Spielumstellung. Vielleicht seht ihr das so, dass wir plötzlich auch in einem ganz anderen System auftreten. Da frage ich euch jetzt. Es gab so ein paar... Also ich glaube nicht, dass man das jetzt aus dem Stehgreif tun wird. Ist ja erst mal jetzt auch nicht realistisch möglich. Es ist kein anderes Spielsystem großartig einstudiert worden. Ich wüsste jetzt auch spontan aus dem Kader, ja, Lenz, aber der wäre mir zu wenig offensiv. Heuge könnte prinzipiell so einer sein. Da habe ich aber auch das Gefühl, dass der tendenziell eher auf der, ich will jetzt nicht Abschlussliste sagen, aber eher so auch auf der, wenn wir dann noch eine Alternative haben, dann würde man ihn wahrscheinlich eher irgendwie abgeben. Und ansonsten aus dem Kader, um jetzt wirklich in dem System drin zu bleiben, tue ich mich halt auch echt schwer. Das ist so dieser Zwiespalt, in dem ich da jetzt gedanklich gerade wäre. Aber ja, ich weiß nicht, Patricia Dennis, vielleicht habt ihr noch eine clevere Idee, wie man das mit jemandem aus den eigenen Reihen gerade erst mal kompensieren kann, bis klar ist, in welche Richtung es jetzt weitergeht. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist ein valider Punkt, da zu sagen, vielleicht sollte man da ein bisschen drauf Acht geben. Es ist ja nicht so, dass er überhaupt nicht nach vorne laufen kann und keine Flanke schlagen kann. Das kriegt er auch hin. Von daher würde ich, glaube ich, ihn einfach nehmen, auch mit dem Wissen, dass er diesen, es hat mich nachhaltig beeindruckt, wer diesen Elfmeter geschossen hat im Finale in Sevilla. Also ich denke, der hat auch das richtige Mindset für diese Aufgaben. Also der ist so ein Typ, der weiß, okay, ich werde gebraucht und ich gebe jetzt alles für dieses Spiel, für diese Mannschaft und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich glaube, deswegen wäre er jetzt aktuell meine erste Wahl, zumindest, wenn man so ein bisschen die Defensive im Blick hat. Ansonsten, ja, finde ich auch ein Helge, ich arbeite immer noch richtig hart, oder aber auch ein Alidou für die Offensive halt natürlich interessanter. Da muss man schauen, wie man das ausbalanciert, aber wie gesagt, gegen so wirklich gefährliche, starke Gegner, die auch über die Schnelligkeit kommen, was Real Madrid ja auch im Kader hat, würde ich dann wahrscheinlich eher auf Lenz setzen. Aber ja, das wird uns jetzt die nächsten Wochen wahrscheinlich beschäftigen, bis da eventuell Verstärkung kommt oder auch nicht, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, was Markus Kröschel plant. Ja, das weiß glaube ich keiner ganz genau. Dennis, du wolltest noch was sagen? Klaasner ja auch entsprechend, genau wie Patricia es eben gesagt hat, eigentlich schon angekündigt, zu sagen, taktische Umstellung für das morgige Spiel jetzt so kurzfristig sowieso nicht mehr. Das heißt, das spricht ja so ein bisschen dafür, wir drücken es jetzt eben irgendwie durch. Das personelle wird wahrscheinlich dann eben der Lenz als 1 zu 1 Ersatz mit eben vorne, die Spieler werden ein bisschen eben versuchen, den Offensivpart mehr dann auf der Seite zu übernehmen und dann nach und nach neue Systeme, neue Spieler auch an den Rand zu führen. Und deshalb weiß ich eigentlich nur zu Ali Du, der einzige Punkt, wo ich sagen muss, was super schade wäre, du hast jetzt die Chance, natürlich junge Spieler, die Spieler sind hier auch generell natürlich heißen, du sprichst immer davon, Werte zu schaffen. Und das kannst du natürlich sehr, sehr geil und sehr, sehr schnell. Wir haben das immer gesehen, wenn jemand wie damals Tutor ins kalte Wasser geworfen, der wurde ins kalte Wasser geworfen, musste diese Position übernehmen in der Innenverteidigung, hat das barbarisch gut gemacht, hat super Spiele gemacht, kam natürlich auch in eine funktionierende Mannschaft. Davon gehe ich auch aktuell noch aus, auch wenn ich viele höre, oh Gott, oh Gott, bei der Eintracht stimmt gar nichts mehr. Blödsinn, abhaken, das Spiel ist am Freitag. Und das ist schon so. Das heißt, da darf sich auch so ein junger Spieler immer einen Fehler erlauben. Klar, bitte musst du dann auch schauen, in der Champions League, das ist immer diese Ausrichtungsgeschichte. Da hast du aber natürlich jetzt auch deinen Kader nicht so mit Spielern Vollpumpen oder Verträge abschließen, die dich dann in den finanziellen Ruinen treiben, wenn du es eben dann doch nicht schaffen solltest, die nächste Runde zu erreichen oder dich nächstes Jahr wieder international zu qualifizieren. Da musst du eben auch mit rechnen. Und deshalb ist so ein Gefüge, junge Spieler ranführen, jungen Spieler die Chance geben. Und da sehe ich auch so ein bisschen das Problem, Marvin, du hast es ja schon angesprochen, wenn du natürlich jetzt wieder Spieler davor setzt und sagst, du holst potenziell wirklich Leute, die in der Champions League ja mithalten können und vielleicht ein Niveau annähernd an einen Kostic hat, dann sehe ich natürlich hier schon wieder für den einen oder anderen Spieler, der eben perspektivisch Schwierigkeiten haben wird, sich hier durchzusetzen, weil die Spieler einfach Spielzeit brauchen. Und gerade die Jungen... Es ist dann halt auch eine Frage, wie du das moderierst und wie du das aufteilst. Wir sind in drei Wettbewerben vertreten. Es wird genügend englische Wochen jetzt auch geben, auch gerade mit der längeren Unterbrechung durch die WM in der Winterpause. Von daher wirst du, glaube ich, genügend Möglichkeiten finden, auch sowas auszubalancieren, zu sagen, okay, da hat man halt eben eine Champions League Woche, man hat einen mittelstarken Gegner am Wochenende in der Champions League, in der Bundesliga, sodass du da halt auch ein bisschen rotieren kannst. Also ich glaube schon, dass du das durchaus möglich machen könntest. Ja, stimmt. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass wir vielleicht wirklich gar keinen mehr für die Position holen, weil ich auch die Argumentationen von Dennis durchaus attraktiv finde und vielleicht auch in einer gewissen Schlüssigkeit dann dementsprechend schon bei den Eintracht-Verantwortlichen sehe, die sagen, ja, nein, wir machen das nicht, wir holen nicht auf der linken Seite jetzt noch jemanden, sondern wir stärken etwas anderes, wo ich halt immer noch wieder größere Defizite auch sehe, auch wenn das jetzt fies ist, aber es ist trotzdem so, dass im defensiven Mittelfeld wir immer wieder darüber sprechen müssen. Ist das so klar, wie wir gerade aktuell besetzt sind, kann das genauso die ganze Saison funktionieren? Und ich kann mir vorstellen, dass das Geld, was wir jetzt eingenommen haben, vielleicht wirklich für eher einen zentralen oder defensiven Mittelfeldspieler gebraucht wird, damit wir dort ein besseres Mittelfeld haben oder ein defensives Mittelfeld und dann eventuell mal um das Spiel während eines vielleicht negativen Spielstands oder so noch mal ein bisschen anders zu lenken, dass dann Leute wie Ali Dudan reinkommen und dann viel eher wirken können. Dann muss man sich halt nur die Frage stellen, inwiefern findet ein Knauf dann seinen Platz? Aber auch der hat ja schon gezeigt, dass er auch relativ schnell in diese Mannschaft kommen kann. Vielleicht ist er auch durchaus variabler Spieler. Das muss man abwarten. Ich kann mir das aber einfach auch so vorstellen. Also ich glaube, vieles hängt damit zusammen, wie Glasner jetzt die nächsten Wochen plant. Kann mir aber schon vorstellen, dass man zumindest auch mit den Transfers, die man ja zuletzt ja auch getätigt hat, schon ein bisschen mehr Druck von Kostic weggenommen hat und das jetzt eine konsequente Weiterentwicklung sein könnte. Ja. Lass uns doch mal noch eine weitere Perspektive hier reinbringen. Der liebe Basti kann heute nicht dabei sein. Er ist gerade in Helsinki unterwegs, hat da so mäßig guten Handyempfang, hat aber auf mein Bitten hin uns zumindest eine kurze Sprachnachricht zu dem Thema Kostic geschickt. Vielleicht hat er ja noch die ein oder andere Idee oder das ein oder andere Thema dazu. Ich habe es mir noch nicht angehört. Lass uns doch mal gemeinsam reinhören, was der liebe Basti uns geschickt hat. Gude aus Helsinki, meine lieben Freunde. Ich bin gerade gelandet und auf der Suche nach was zu essen und was zu trinken. Das ist gar nicht so einfach hier, weil alle hier ein bisschen verteilt sind. Ich wurde gebeten, lieber René von dir, ein Statement zu Kostic abzugeben. Habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Wir hatten eine Zwischenlandung in Warschau, als wir die Handys wieder anmachten, kam die Meldung von Eintracht selber, dass Philipp Kostic geht. Man hat es irgendwie erwartet, aber irgendwie ist es trotzdem abgefuckt. Was soll ich jetzt machen? Irgendwie schmerzt es sehr, aber irgendwie ist der Respekt überwiegt. Ich feiere diesen Herrn Forever Kostic. Auch wenn es natürlich sportlich schon sehr ins Kontor schlägt, weil wir dürfen nicht vergessen, wir haben mit Hinti schon eine wichtige Stütze verloren, jetzt verlieren wir mit Kostic noch eine wichtige Stütze. Es ist nicht gesagt, dass Indica und oder Kamala bleiben. Also meiner Meinung nach, und ich bin sehr gespannt, wie ihr das jetzt alle besprecht, werfe ich gleich als Frage in die Runde. Meiner Meinung nach muss die Eintracht mindestens noch ein, zwei Spieler holen, um in dieser Champions League Saison konkurrenzfähig zu sein. Weil jetzt quasi dieser Konflikt besteht, zu sagen, okay, schließen wir jetzt krasse Verträge ab und haben dann, wenn wir keine Champions League mehr spielen, irgendwie finanzielle Probleme und oder gehen wir in die Vollen und denken, ey, Eintracht geht jetzt den nächsten Schritt. Ich weiß es selber nicht, deswegen werfe ich es als Frage in die Runde. Ich werde jetzt mal gucken, was in Helsinki so abgeht und dann nächste Woche berichten, was hier so passiert ist. Ich wünsche euch noch viel Spaß und freue mich auf euch. Ja, also auch keine Antworten, aber dafür mehr Fragen. Hervorragend, so kennen wir Basti. Ja, ist natürlich ein richtiger Punkt und war ja auch so ein bisschen in die Richtung, in die wir auch schon gegangen sind. Was macht das jetzt mit dem Plan, dem Kader der Eintracht und wie viel Risiko ist man jetzt bereit, da zu gehen? Ich persönlich glaube ja, dass man da jetzt nicht hingehen wird und irgendwelche total absurden Verträge abschließen wird. Davon hatten wir in der Vergangenheit schon mehr als genug. Das wird man mit Sicherheit nicht tun. Trotzdem wird man sich da verstärken müssen. Auch, ich meine, man muss ja auch zukünftig, ich meine, Basti hatte das Thema Hinti jetzt ja gerade eben schon angesprochen. Endika Kamada ist ja auch noch ungeklärt, auch im letzten Vertragsjahr. Und wir hatten gerade eben ja auch den lieben Ansgar Knauf ein paar Mal erwähnt, der dürfen wir halt auch nicht vergessen. Der ist halt geliehen, der ist jetzt noch ein Jahr da. Da ist noch kein Kauf, keine Ablöse, im Nachhinein vereinbart. Also im schlimmsten Falle hast du Ende der jetzt aktuell laufenden Spielzeit dann auch dann wieder die rechte Flanke offen. Ja, kann sein. Also ist möglich. Man muss auch überlegen, das müssen die jetzt sehen. Ich kann dazu einfach, weil die Sache ist, wir können das noch nicht total final beurteilen. Wer weiß, wie das noch läuft und wie das Spielsystem sich auch irgendwann findet. Im Endeffekt ist es auch so, dass Ansgar Knauf tatsächlich auch schon relativ regelmäßig mal auf der linken Position gespielt hat. Das heißt, wenn wir vielleicht jemanden hätten, der sagt, er kommt rechts besser, klar, vielleicht ist Ansgar Knauf plötzlich derjenige, der einen anderen links spielt und rechts haben wir dann auch jemanden anders. Ich glaube, das muss sich jetzt ergeben und es ist auf jeden Fall jetzt die nächsten paar Spiele, weil ich denke nicht, dass wir jetzt einen Schnellschuss machen. Nee, definitiv. Auf jeden Fall jetzt erst mal so, dass gegen die Hertha beispielsweise sich andere beweisen können und vielleicht rutscht da wirklich jemand nach. Ich würde persönlich eher davon ausgehen, dass wir im defensiven Mittelfeld auf jeden Fall jemanden holen. Das müssen wir dann abwarten. Aber wie dem auch sei, natürlich reißt das ein großes Loch rein und es ist eine unfassbar tolle Persönlichkeit, die Eintracht da verlässt. Absoluter Profi und einer derjenigen. Ja, jetzt langsam wird es ein bisschen wenig mit den Itchs. Das hat uns früher lange sehr, sehr gut zu Gesicht gestanden. Jetzt wird es langsam ein bisschen wenig. Aber es wird auf jeden Fall einer der absoluten Helden der Eintracht der letzten 20 Jahre sein. Und ich glaube, da erhebe ich mich zumindest virtuell und klatsche vor dieser Leistung und bin froh, dass er jetzt hoffentlich weiterhin sein Lebensglück findet bei einem anderen Verein. Aber ich kann mir vorstellen, dass der irgendwann wieder zurückkommt und dann der Traditionsmannschaft wieder weiterkickt. Also ich glaube, da hast du einen ganz wichtigen Punkt gesagt. Man kann ihm als Spieler jetzt einfach nur dankbar sein. Und ich glaube, man wird ihn als Eintracht-Fan nie vergessen. Dafür hat er einfach zu viel hier gelassen. Und ja, ich würde dir auch zustimmen, dass man mit Sicherheit ihn nochmal wiedersehen wird. Und wenn es halt irgendwie, weiß ich nicht, das wäre natürlich jetzt ganz bitter. Könnten wir Juve in der Gruppenphase kriegen? Hat das einer im Blick? Puh, nein. Ich glaube schon, oder? Ja, die sind in Top 2. Weil Milan ist Meister geworden, oder nicht? Ja, die sind in Top 2. Ja, aber auch, ja. Uff, das wäre natürlich eine Nummer. Das wäre mir nichts, sage ich hier ganz ehrlich. Nee. Da trage ich noch nicht. Also irgendwann vielleicht, aber das wäre mir jetzt zu frisch gerade. Ja, das sehe ich auch. Also lieber Champions League Gott, was auch immer du in der Auslosung tust, nicht Juve. Die Unterschriften sind noch nicht trocken, das wird hier nachverhandelt hoffentlich. Ich hoffe auch. Bitte zuhören, bitte reinfahren. Er darf nicht ihren, wenn es. Genau. Oder er muss zwei Eigentore machen, das könnte auch noch eine Konzert sein. Ist auch okay. Auch zu dem Punkt, was du gerade eben gesagt hattest, Marvin mit von wegen, das wird sich in den nächsten Wochen finden. Das war auch so ziemlich der Tenor, den ich bei Glasner in der PK heute in Helsinki, also eigentlich ja AntrittspK oder PK vor dem Realspiel, aber natürlich kamen da auch die Kosten zu fragen. Und das war so ziemlich der Tenor, den ich da auch gehört habe. Also ich habe mir vier Sachen aufgeschrieben. Zum einen hat er gesagt, das wird jetzt die Chance sein, für andere aus dem Verein sich zu zeigen. Er hat aber auch gesagt, dass man jetzt einfach die Chancen und Stärken des Kaders neu oder anders bewerten muss und ein dazu passendes Spielsystem finden muss. Er hat aber auch gesagt, dass das Transferfenster noch offen ist, noch lange offen ist und dass da was passieren kann. Und dann hat er noch diesen Satz gesagt, so nach dem Motto, der Klub ist vorbereitet. Und dann kam ein Nachsatz, der hat mich dann wiederum auch so ein bisschen ja kurz aufforchen lassen, als er dann noch den Nachsatz schob, auch bei anderen Spielern. Da war ich dann noch so kurz so, okay, gut zu wissen, aber die Information hätte ich jetzt bitte an der Stelle nicht gebraucht. Das verkrafte ich jetzt nur schwer. Was auch immer das heißen mag. Ja, gut, dass du sagst. Ich meine, Basti hat es ja eben in seinem Mini-Statement ja auch schon angedeutet. Das ist ja jetzt auch alles gar kein Geheimnis. Bei Kamada ist es ebenfalls so, dass der Vertrag noch nicht verlängert wurde. Und da nur noch ein Jahr steht, genauso in den Dika. Wir wissen das alles nicht. Das Ding ist, aber das haben wir ja schon die ganze Zeit gesagt. Wir wissen genau das, diese zwei Spieler. Jetzt ist halt Kostet schon gegangen. Wir wissen halt einfach nicht, was noch passiert. Bis zum insgesamt 1. oder 2. September kann halt da noch alles passieren. Und am Ende haben wir ja vielleicht wirklich Pech. Dass dann, dass hier gerade bei Indika, kann ich mir das mega gut vorstellen, dass noch ein Top-Klub anklopft. Dann müssen wir damit arbeiten. Ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen meine Probleme in der Innenverteidigung. Wir werden gleich noch mal ein bisschen darüber reden. Auch bezüglich des Spiels. Ich sehe weniger Probleme, auch wenn es mich mega schmerzen würde, wenn ein Kamada auch den Verein verließe. Ein derart kreativer Wirbelwind. Das wäre ja schon sehr, sehr schwierig. Aber wir müssen darauf gefasst sein, die Eintracht ist ein Verein, der, und das hast du hier vorhin auch relativ am Anfang gesagt, auch immer wieder, oder Dennis hat es ja auch gesagt, immer wieder auch Geld locker machen beziehungsweise generieren muss. Und das ist halt so ein bisschen die Schwierigkeit. Ja gut, und richtig Kohle generieren kannst du halt eigentlich nur mit Transfers. Ist auch die Frage, ganz kurz, weil ihr es gut ansprecht, wie viel Geld überhaupt aus diesem Transfer der zur Verfügung steht jetzt für Neuinvestitionen. Wir haben alle drüber gesprochen, harte Corona-Zeit. Klar gab es dann den Geldregen, dass wir hier Champions League mitspielen dürfen und so weiter und so fort. Prämien hier, Prämien dort. Aber, 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 ich glaube trotzdem, dass wir nicht eins zu eins das Geld, was wir jetzt für so einen Transfer für Kostic bekommen, gerade wieder neu investieren werden. Das muss uns, glaube ich, auch klar sein. Nee, ja, ist halt so ein bisschen in die Frage, was jetzt das Ziel ist, aber eigentlich kannst du es realistisch nicht tun. Du hast halt eben nach wie vor noch dieses große Corona-Loch, weil du ja da dann auch weniger Einnahmen generiert hast. Auch die Prämien aus der Euroleague wirst du ja, hast du ja auch nicht komplett da verwenden können oder wirst du nicht komplett zur Verfügung haben. Die Champions League-Gruppenphase, die Prämien, die da kommen, sind ja auch noch nicht da. Also, du kannst halt jetzt schlecht Geld ausgeben, was du heute noch nicht hast. Ist halt leider so. Also schauen wir mal. Wird auf jeden Fall spannend. Wir werden das in den nächsten Wochen weiter beobachten, auch wie sich das dann transfertechnisch hier weiter entwickelt. Da müssen wir noch ganz kurz der Vollständigkeit halber sagen, dass das natürlich jetzt nicht der einzige Transfer war, der da jetzt am Wochenende über die Bühne gelaufen ist. Es hatte sich schon angedeutet, Ali Akhmann wird verliehen nach, oder an Götz Tepe in der türkischen Liga. Die haben, glaube ich, auch eine Kaufoption, wenn ich das richtig gelesen habe. Also, das... Ja, absolut. Da... Triggert mich, wenn wir ganz kurz, ne, wir wollen ja nicht zu lange, wir wollen ja demnächst mal noch eine Transferfolge machen. Ja. Wollt das abhandeln, aber es ist natürlich schon ein bisschen, frustriert mich ein bisschen, weil du hast eben angedeutet, türkische zweite Liga, da kommt der tatsächlich her. Ähm, und es... Also, ich meine, er war letztes Jahr in, ähm, in Niederland unterwegs und das war eigentlich gar nicht so schlecht. Und da hab ich eigentlich schon gedacht, dass er sich jetzt vielleicht zumindest in den ersten Ligen irgendwie weiter durchsetzen kann. Ich hab schon ein bisschen das Gefühl, dass die Entwicklung, von der man erhofft hat, dass es richtig nach... steil nach oben geht, dass sie deutlich ausgebremst wurde. Ja. Ich hoffe, ihm das Beste, dass er da auch ordentlich scort. Wir kennen das ja auch bei anderen Spielern. auch ein, ähm, auch andere Spiele haben immer wieder mal die Dirtour auch in der zweiten Liga gemacht und sind dann richtig durchgestartet. Also, erinnert euch an Salazar, der war dann zwischenzeitlich in der polnischen Liga. Ja. Und da haben wir auch gedacht... Der kam ja auch gerade in den Kopf, ja. Ja, und dann ist der komplett durchgestartet, Matiza. Also, wir wissen es nicht. Ja. Ja, schauen wir mal. Aber ist halt auch so ein bisschen auch schade, aber werden wir dann, wie Marvin gesagt hat, in der Transferfolge auch nochmal abhandeln. Ich hätte Ackmann jetzt auch prinzipiell, als die Verpflichtung ja damals klar war, als so ein Nachwuchstalent-Perspektivspieler gesehen. Aber da werden wir in der anderen Folge dann nochmal gesondert drüber sprechen, wie gut die Eintracht mit diesem Thema Talente vielleicht umgeht oder auch nicht. Ja. Genau. Das schon mal als Teaser. Ja, und dann, ähm, ein, ein, ein weiteres, äh, zumindestens, was das Menschliche und Stimmungstechnische angeht, ein kleines Loch dann doch auch in der Mannschaft gerissen. Äh, Gonzalo Paciencia wechselt, äh, in die Spanische Liga zu Celta Vigo, kriegt er mit Sicherheit mehr Spielzeit, aber war ja schon auch so ein bisschen, ähm, ein positiver Faktor in der Mannschaft. Party-Meister auf jeden Fall, ja. Ähm, auch etwas, was jetzt vielleicht uns spielerisch nicht so wehtut, aber was so Mannschaft und Stimmung angeht, schon auch ein gewisser Verlust, oder? Ja, das finde ich auch schade. Ähm, ja. Ich glaube, es war ein ganz, ganz wichtiger Typ so in der Mannschaft auch für, für neue Spieler, die irgendwie dazugekommen sind, so, um die zu integrieren und ich glaube, der ist komplett offen, geht auf jeden zu, umgänglich. Man hat ja irgendwie auch gesehen, wie viele Spieler sich letztendlich irgendwie von ihm verabschiedet haben, auch auf Social Media und so. Also ich glaube, das ist ein ganz beliebter Typ gewesen und, ähm, ja, jetzt muss Chandler das vielleicht alleine machen, weil die waren ja so das, äh, Traumduo und ich glaube, die haben wirklich, ähm, viel dafür gesorgt, dass gute Stimmung in, in der Mannschaft ist, dass sich aber auch jeder wohlfühlt und dass irgendwie jeder gut reinkommt und gut aufgenommen wird und, ähm, das wird sicherlich fehlen. Ja, glaube ich auch. Ja, was du sagst, ist traurig, aber, ähm, ja, man, andererseits muss man sagen, ist gleich gekommen und hat gleich gescored. Ja, mal gucken, wie das dann bei Patience weitergeht, ja. Ähm, ist auf jeden Fall eine coole Entwicklung für ihn, aber insgesamt natürlich in seiner Mannschaftsdienlichkeit in auch, ich glaube, diese paar Prozent, die er der Eintracht auch gegeben hat, auch wenn er nicht auf dem Platz war, aber, äh, das, was er rund um das Finale und auch davor, diesen, wo er mitgepusht hat, wo er auf der Bank ein wichtiger Motor auch war, ähm, und die Mannschaft irgendwie, es hat in dieser Zeit einfach alles gepasst und da wurde Patience als, sag ich mal, 13. 14. Mann trotzdem immens wichtig und auch dafür bin ich ihm einfach sehr, sehr dankbar und hoffe, dass er jetzt sportlich wieder sein Glück findet, denn auch noch ein junger Dachs, da ist die Karriere halt auch noch überhaupt nicht gelaufen. Ja, Marvin, ich glaube, wir hatten am Freitag kurz drüber gesprochen, er hat ja Potenzial, gerade wenn wir uns an die Zeiten Büffelherde und Einwechselspieler Patience, da hat er ja wirklich super genetzt und wirklich, keine Ahnung, 10 Tore oder was gemacht gehabt in der Zeit, also das Potenzial, er weiß, wo das Tor steht, die Zeit auf Schalke hat ihm nicht unbedingt gut getan, aber wir wünschen ihm alles Gute und ein cooler Typ, auf jeden Fall, gefällt mir richtig gut. Ja, soviel zu den aktuellen Transfers und mal gucken, was da in den nächsten Wochen noch kommt. Ich hoffe nicht halt so viel, zumindest nicht, was die Abgänge angeht. So, jetzt lass uns doch mal noch auf das Spielerische gucken und bevor wir über das künftige Spiel sprechen, müssen wir natürlich über das vergangene Spiel sprechen. Lieber Marvin, möchtest du hier für uns die Nationalhymne singen? Auf gar keinen Fall, das kann aber natürlich trotzdem jeder machen, weil du Angst hast, dass wir feiten oder unsere Dauerkarte dann abgeben, oder? Alter, du sprichst schon die ganzen Nebengeräusche an, die zum Spiel, ja, wollen wir damit anfangen oder wollen wir mit dem Spiel anfangen? Lass uns doch damit, lass uns mit was Lustigem anfangen. Ja, also ganz ehrlich, wie unfassbar peinlich ist das ganze Medienecho, was danach eigentlich Bahn gebrochen hat, sich Bahn gebrochen hat. Meine Güte, ich meine, man kann immer bewerten, will ich die Nationalhymne hören, will ich sie nicht hören? Man kann auch sagen, ja, ich fand es jetzt nicht so gut, dass gepfiffen wurde, jo, aber es ist halt aber vollkommen okay übrigens und die anderen hätten mitgesungen, die anderen hätten gepfiffen, das ist alles in Ordnung und da haben sich halt Leute entschlossen, halt eher zu pfeifen, weil sie halt, und das darf man übrigens auch nicht, so eine Fehlinterpretation, wo dann gesagt haben, ja, gegen die deutsche Hymne, ich glaube, vielen Leuten war es scheißegal, da hätte auch sonst irgendein Lied kommen können, was nicht mit der Eintracht zu tun hat. Das hängt halt viel eher mit diesem ganzen Anfangs-Primborium, da werden dann so ein paar Videos hingeklatscht, ja, wir fangen jetzt mit der Bundesliga an. Ja, natürlich ist es klar, dass die Eintracht und die Eintracht-Fans das jetzt auch länger nicht mehr hatten, dieses Bundesliga-Eröffnungsgedudel und auch gleichzeitig hatte das die Bundesliga auch lange nicht mehr, dass die Bundesliga in Frankfurt eröffnet wurde und man musste sich vielleicht erst mal aneinander gewöhnen. Das hat jetzt nicht so gut geklappt, ja, aber meine Güte, das ist jetzt auch nicht so und ich finde, wie gesagt, du kannst unterschiedliche Meinungen haben, ich kann die Leute nachvollziehen, die sagen, ich habe aber keinen Bock auf diesen Kommerzquatsch, ich will einfach nur Fußball sehen, brauche keine Nationalhymne, bei Fußballspielen, aber die tagelange, ja, wie soll ich sagen, Selbstmeuchelung, ja, dass lauter Kommentarios und lauter selbstberufende Möchtegern-Journalisten sich dazu berufen gefühlt haben, jetzt in großen Kommentaren seitenlang die Springer-Presse irgendwie zu befüllen, habe ich unter anderem, könnte man auch Dummschmerzer des Tages mal wieder einführen, wurde ja auch schon in den Kommentaren gefordert, Axel, wie heißt er, der Herr Traxler hat sich da besonders hervorgetan, ist immer wieder geil, wie viel, wie wenig Zeilen die Leute schreiben und offenbar ordentlich Geld bekommen in seiner neuen Kolumne, da muss ich wirklich sagen, ich glaube, ihr habt auch Frankfurt einfach nicht verstanden, ja, und dass ihr euch aber tagelang danach noch aufspielt, während ich, und das muss ich auch sagen, nichts darüber höre, was eigentlich für ein absoluter Skandal in Wolfsburg passiert ist, das ist auch, also, dass man das ignoriert, dass man mutwillig ignoriert, dass Fans von Werder Breben eingekesselt wurden, dass denen teilweise die Rechte entzogen wurden zwischenzeitlich, während es einfach nur friedliche Fans waren, die ihn zum Fußball wollten, da wird nicht drüber berechnet, das ist vielleicht ein Bericht jetzt mittlerweile, vielleicht auch in der Bild-Zeitung, aber tagelang wird sich über Gosten, über Frustration und das darf doch nicht sein und die bösen Eintracht-Fans wegen einer fucking Hymne, da muss ich auch echt mal die Kirche im Dorf lassen. Also ich sehe da zwei Punkte, zum einen hast du gerade eben zu Recht gesagt, da hat man wohl die Frankfurter nicht verstanden, genau das sehe ich als ein Problem oder genau da sehe ich das Problem, sagen wir es so rum, man hätte ja auch aus der Vergangenheit lernen können und hätte sich zum Beispiel ja auch diese Thematik, wie es damals im DFB-Pokalfinale mit Helene Fischer gelaufen ist, also man ist doch relativ klar, dass die Frankfurter-Fanszene keinen Bock hat auf so ein Hittiti und Schischi, sondern da halt einfach hingeht, um Fußball zu sehen und zu spielen und das muss ich doch berücksichtigen, wenn ich festlege, als DFL, DFB, wer auch immer da den Spielplan letztendlich macht, dass das Eröffnungsspiel der Bundesliga-Saison 22-23 Bayern gegen Frankfurt im Waldstadion ist, also das weiß ich doch vorher, in welche Richtung das geht. Da muss doch einer mal drei Sekunden drüber nachgedacht haben, haben sie anscheinend nicht und jetzt noch ein ganz anderer Punkt, jetzt setze ich mal ganz kurz meinen Aluhut auf und stelle jetzt mal die These in den Raum und sage, das ist berechtetes Kalkül und wir haben denen einen Bärendienst erwiesen, in dem wir nämlich genau das gemacht haben, weil man nämlich jetzt wieder schön direkt am ersten Bundesligaspieltag wieder diese Geschichte von dem bösen Fußball-Fan rausziehen kann, der sogar sowas nicht versteht und der gegen die Hymne pfeift und dass es doch eigentlich viel besser wäre, wenn es diese ganzen Fanszenen nicht gäbe, sondern da einfach nur noch Eventis in den Stadien sind. Da kann man doch jetzt wieder schön die Geschichte drumherum bauen. Ja, ich glaube, die Geschichte wird ja sowieso auch schon wieder gesponnen. Die wurde ja tatsächlich vor der vollständigen Rückkehr vieler Fans auch schon wieder versucht. Also überlegt ihr, wie schnell, nachdem es irrlichtende Beiträge gab, wie cool und absolut doch dieser Fußball ist ohne Fans, wo ich mir denke, ja, okay, kannst du machen, aber dann geh halt und setz dich nach Hause und zock dein FIFA-Spiel, was ist denn los mit dir? Also da gab es ja dann auch einige und jetzt im Verlauf der Zeit, als dann wieder Leute zurückkamen und Fans zurückkamen, gab es ja auch immer wieder die Kommentare. Es kann schon sein, dass es in die Richtung geht, aber ich war halt einfach nur davor, auch so eine Überinterpretation die ganze Zeit vorzunehmen von wegen, ja, die lehnen sich auf gegen den Staat, nur weil sie die fucking Hymne vor einem normalen Fußball-Spiel. Nein, nein, sie lehnen sich nicht auf gegen den Staat, sondern die lehnen sich auf gegen das, was halt einfach nicht in den Fußball gehört und dem krampfhaften Versuch, aus allem immer so ein Event-Ding zu machen. Ja, und wie gesagt, und das kann, du musst auch das nicht gut finden, dass da gepfiffen wurde, kannst auch sagen, jo, ey, das hätten wir aber nicht sein müssen, vollkommen in Ordnung, klar, es ist in Ordnung, die einen hören das vielleicht sogar ganz gerne und finden dieses, ja, dieses Ritual, was offenbar bei diesen Eröffnungsspielen dann passiert, irgendwie ganz cool. Aber gut, dann waren sie halt in dem Tag irgendwie in der Minderheit und das hängst du halt auch mit Frankfurt. Das ist halt, da gibt es auch generell wenig, wo man sagt, was über den Stolz der Mannschaft halt hinausgeht und so muss man das dann halt sehen, aber dass ich dann drei Tage später, vier Tage später immer noch mich in Kolumnen dazu aufschwinge, jetzt die Eintracht-Fans, als das, die Wurzel allen Übels zu titulieren, muss ich wirklich auch ganz bitter dafür bezahlt werden, dass ich irgendwie die Zeilen voll bekomme. Das haben wir viel genannt. Dennis, Patricia, was geht mit euch? Gerne Ladies first, wenn Patricia direkt was sagen möchte. Ja, ich glaube, ich habe da gar nicht viel hinzuzufügen. Marvin hat es schon gut ausgeführt. Ich meine, ich kann verstehen, dass Leute das überhaupt nicht wollen, dieses komplette Brimborium davor. Ich kann auch nachvollziehen, also ich glaube auch, wie Marvin es sagt, dass das letztendlich völlig unabhängig davon war, was dort unten performt wurde. Also da hätte wirklich alles performt werden können und es wäre alles ausgefiffen worden. Ich kann es auch verstehen, wenn Leute sagen, hey, das hat mir gar nicht gepasst, ich finde das respektlos. Kann ja, es ist alles okay, alle Meinungen für mich in Ordnung, aber ich finde, insgesamt war das viel zu viel Lärm um, ja, etwas, was letztendlich aus meiner Sicht, es ist wie gesagt, meine persönliche Meinung, gar nicht so dramatisch war und, ja, auch wichtiger Punkt, ich weiß nicht, ob vielleicht nicht Dinge wie in Wolfsburg eher im Fokus stehen sollten, weil das halt der eigentliche Skandal an dem Spieltag war, finde ich. Klar, man kann drüber nachdenken, das wurde in über 200 Länder ausgestrahlt und was gibt das jetzt für ein Bild ab, aber mein Gott, dann erklärt das halt in den Ländern, weshalb das war und es ist halt so, dass in Deutschland generell in den Fanszenen ungern eine große Show gesehen wird und ja, die Show wurde schon gekürzt, nichtsdestotrotz, ich glaube, viele wollen da einfach überhaupt gar keine Show haben und es ist völlig legitim, das zum Ausdruck zu bringen, kann man ja in diesen Ländern auch irgendwie ja, kann man ja mal berichten, vielleicht, falls es jemanden interessiert und dann gibt es vielleicht gar nicht mehr so ein dramatisches Bild ab, wie hier vorgeworfen wird, alles in allem, ja, für mich persönlich einfach viel zu viel Lärm drum gewesen und war auch ein bisschen nervig, muss ich sagen, weil, mein Gott, letztendlich, ja, ich glaube, das war es hier von meiner Seite, weil, also, mein Gott, ich fand es halt wirklich, wie gesagt, das Wolfsburg-Ding wurde mir viel zu, viel zu kalt gekocht letztendlich, während das Eröffnungsspiel zu heiß gekocht wurde, von daher, Prioritäten werden gesetzt, wie sie gesetzt werden. Dennis, das ist ein guter Punkt, aber lass mich da ganz kurz noch einhaken, es gibt noch zwei Sachen, auf der einen Seite ist es ja auch nicht so, als wäre das jetzt ein absolutes Unikum gewesen, das gab es tatsächlich schon öfter und wenn man sich darüber nachdenkt, wenn man darüber nachdenkt, dass es auch in anderen Ländern sogar schon passiert ist, ich verweise hier auf einen Beitrag über die, über einen Beitrag über die Liverpool-Fans, die das ebenfalls schon getan haben, dann könnte man das vielleicht mal ein bisschen in Perspektive rücken, ich empfehle hier einen FR-Beitrag als, von Thomas Stillbauer, der auch darüber geschrieben hat, über die Pfiffe und der ein bisschen klar akzentuiert hat, worum es eigentlich geht, wenn man Eintracht-Fan ist, denn am Ende auch nach einem solch schwierigen Abend wurde die Mannschaft minutenlang gefeiert und ich glaube, die Überschrift sagt relativ viel, das ist das, was im Fußball zählt und hier, lieber Thomas, stimme ich ihm oder dir hundertprozentig zu. Ich möchte auch an der Stelle noch kurz ergänzen, weil ich finde, Patricia hatte gerade eben noch einen ganz wichtigen Punkt gesagt, dieses Eröffnungsspiel wurde in, was hast du gesagt, 400 Länder übertragen? Über 200, habe ich glaube, das ist gut drin gelesen. Es gibt gar keine 400 Länder. Ja, keine Ahnung, 4 Milliarden Länder, keine Ahnung, hast du nicht gesehen. Auch in anderen Galaxien wurde das übertragen. Wenn die schlau sind, haben die sich Eintracht-Spiele in letzter Zeit angekündigt. Aber dazu vielleicht gleich noch in einer anderen Stelle. aber wenn du dann halt auch überlegst, welche Bühne haben denn Fußballfans um gegen oder ihre Stimme gegen Eventisierung, Kommerzialisierung ihres geliebten Sportes das halt eben zu zeigen, dann haben sie ja nur das. Es wird ja keinen geben oder es gibt keinen, der sich wochenlang damit beschäftigt und irgendwelche Artikel schreibt, warum denn welcher Fan, irgendwie gegen irgendwas im Sport und für irgendwas ist, sondern die einzige Bühne, die du hast, um halt auch ganz klar zu sagen, dass du damit nicht einverstanden bist, ist halt eben mit solchen Aktionen. Also was soll man denn da an der Stelle auch anders machen? Und natürlich wird dann auch vielleicht primär ein Spiel, wo man halt auch weiß, dass da eine gewisse Reichweite dahinter ist, auch mehr genutzt als jetzt irgendein Augsburg gegen Wolfsburg sonntags 13.30 Uhr. Ja, ist viel Wahres dran, René. Das stimmt. Du merkst ja auch an der Gesamtsituation und was alles an diesem Spieltag auch bei uns passiert ist. Ihr habt es ja schon angesprochen, es ist ja, Marvin, du hast es so schön gesagt, angefangen, wenn du diese Teile mal im Gesamtbild setzt, klar, fängt an mit einer beschissenen Kommerzialisierungsshow, unter anderem, und das ist der wichtige Punkt, mit der Hymne, die dann auch natürlich mit ausgefiffen wird, ja, das gehört halt dazu, ist halt so, und dann braucht auch keiner von der Bild-Zeitung mal was richtig gesagt zu schreiben, oh Gott, die arme Frau, sie wusste ja gar nicht, was mit ihr passiert. Das hätte man ihr sagen können, weil man wusste, was passiert. Ja, aber das ist natürlich wieder totaler Irrsinn. Dann kommt noch der, ja, ich sag mal, mittlerweile bei so einem Spiel mit dieser Reichweite wird natürlich Unmassen, und das war auch abzusehen, an Pyrotechnik im eigenen Block abgezündet, da kann man auch wieder halten, von was man will. Der Block war ja teilweise wirklich, dass man selbst nichts erkennen konnte, auf weiter Flur. Also, sind wieder Punkte, die sind vielleicht im negativen Sinn zu sehen, haben aber sicherlich was damit zu tun, ein gewisses Machtgefühl, die Kurve will sich präsentieren und so weiter, sie sieht, will sich auflehnen, das ist sicherlich teilweise problematisch. Jetzt kommen wir aber zu den positiven Punkten. Du musst sagen, die Mannschaft hat da wirklich ein desaströses Spiel abgeliefert, worüber wir sicherlich auch gleich nochmal spielerisch kommen. Aber am Ende wurden die gefeiert mit Europas beste Mannschaft, geile Typen, alle Lieder, die wir aus der, nicht nur aus der Europa League, sondern aus den letzten Jahren kennen, hoch gehypt gestanden, egal, Mund abputzen, war jetzt Bayern, heute war ein Ausnahmezustand, nächstes Spiel, muss jetzt sitzen, gut, muss man schauen, nächstes Spiel im Sinne von nächster Bundesliga, nächstes Bundesliga-Spiel, ob es jetzt am Morgen klappt, auch wieder so ein Sonderspiel, aber im Großen und Ganzen merkst du hier, die Fans haben eigentlich verstanden, um was es geht, denn das ist ein Punkt gewesen, die haben sie jetzt mal vielleicht ein bisschen über die Stränge geschlagen, liegt einfach dran, die Plattform war geboten, das, René, du hast es vorhin gesagt, hätten auch die Verantwortlichen sicherlich bei der Terminierung ein bisschen berücksichtigen können müssen, jetzt ist es passiert, am Ende ist es aber so, die Mannschaft hat ihren Support gezeigt, die Mannschaft hat ihre, die Mannschaft, sei schon die Fans, haben ihren Support gegenüber der Mannschaft gezeigt, haben hier richtig wieder Vollgas gegeben, also dieses Verteufeln und wenn ich denk's, dann will ich auch das gesamte Bild haben und du musst einfach, und das war mir wichtig, dass Marvin hat das nämlich so schön vorhin erklärt, die Mannschaft wurde am Ende eigentlich auf Händen getragen, obwohl sie ein beschissenes Spiel abgeliefert haben und das ist für mich nochmal ein Zeichen in der Kurve und generell bei den Fans stimmt es, wir müssen jetzt einfach zusammen jetzt auch die harten Zeiten mal gehen und dann ist das in Ordnung und wenn es jetzt zu Strafen kommt, ja, schauen wir mal, was da sicherlich noch auch auf uns zukommt, dann ist das eben blöd, es sind auch teilweise Sachen, die man nicht gut finden muss, trotzdem Gesamtbild anschauen und dann nicht nur auf diese Bildartikel springen, weil das ist wirklich grauenvoll, das wollte ich nur nochmal als zusammenfassendes, zusammenfassendes und ihr habt nämlich alles schon vorher gesagt gehabt, vielen Dank und das Thema ist wirklich dann am besten jetzt von meiner Seite zumindest auch. Aber können wir denn jemanden nominieren, Dennis? Können wir jemanden nominieren? Ich nominiere auf jeden Fall Draxler, allein weil er von Jahren... Warte mal, bevor du jemanden nominierst, wir müssen mal wieder den Schilden gelaufen. Oh, oh, oh. Okay, das machen wir doch. Das ist eine gute Idee. Oh, ja. Danke, danke, danke sehr. Aber es ist dann auch wie im Richtigenleben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. Dann ziehen wir nämlich hier mal wieder raus, unseren Dummschwätzer der Woche. Wen nominierst du, Marvin? Ich nominiere, es ist schon viel zu lange her, Alfred Draxler in seinem empörungswerten Artikel nachgehakt, der sich selber darüber empört, wie schlimm denn die Eintracht-Fans gewesen wären. Es wurde gepfiffen und sie haben, sie sind seinen Fan-Chaoten, ja, sehr schön, Fan-Chaoten und dann wurde natürlich gleich wieder alles in einen Topf geworfen und Begalos, Eintracht-Chaoten, ja, und der arme Bayern-Block und gleichzeitig wird dann noch der hinkende Querverweis zu Veranstaltungen in den USA gezogen, denn beim Superbowl wäre das doch gang und gäbe die Nationalhymne zu ziehen, äh, zu, ähm, ja, nicht so vor dem Pfeifen, sondern zu singen. Dass man überhaupt mal darüber nachdenken sollte, dass vielleicht ein Nationalstolz und Patriotismus in den USA generell ganz anders ausgeprägt hat, als es in Deutschland der Fall ist, hätte man auch in die Rechnung mit einbeziehen können, aber da will ich ihn jetzt auch in seiner, ähm, optimalen Sicherheit auch nicht zu sicher, beziehungsweise will ich da jetzt nicht zu sehr reinreden, scheint ja sowieso sehr selbstbewusst zu sein, aber die Kolumne ist wirklich vogelwild und deswegen Alfred Traxler, die Nominierung. Wer könnte denn noch da reinkommen? Habt ihr noch jemanden? Marvin, ich muss sagen, da hat ja fast schon jeder verloren, äh, den wir hier ausstellen würden, das ist hier so ein bisschen das Problem, ähm, ähm, also generell, äh, äh, jetzt hier Alfred Traxler rauszuziehen, hast du natürlich völlig recht, weil der völlig übers Ziel hinausgeschossen ist, aber, äh, also diese Bild-Reporter, die sich mit dem, äh, Vorkommnissen in Frankfurt generell auseinandergesetzt haben, auseinandergesetzt, in Anführungszeichen, weil hier offensichtlich überhaupt sich keine Gedanken oder thematische Aufbereitung stattgefunden hat, ähm, ja, das ist für mich eine Gesamtnominierung eigentlich mit Alfred Traxler vorne an der, an der Front, hier kann ich gar niemanden einzeln mehr sonst rausgreifen und, das ist natürlich was, was vieles überschattet hat, ich hab sonst niemanden jetzt, wo ich sagen würde, den könnte ich als Gegenkandidat antreten lassen, ähm, guter Mann. Dafür ist es auch einfach zu krank. Ja, dann mach ich weiter, warte, warte, gerne. Äh, muss ich jetzt googeln, weil ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, aber ich bin ja ein, äh, Profi im Google, ich hab da ja durchaus Expertise und guck ich, erster Fan gibt Karte zurück. Ich wollte grad sagen, ich hoffe, die Dauerkartengeschichte kommt jetzt. Ja, endlich wird mal wieder Scheiße geschrieben in der Bild-Zeitung, Ulrika Siggenberger, ja, na, es wird mal Zeit, erster Fan gibt seine Dauerkarte zurück, dann kann ich nur sagen, und der liebe André hat das mir auch schon geschrieben, dann gib, gib Karte laden. Ich glaube, diese Karte wird unfassbar schnell wie ein neun-bis-Beser. Besitzer finden. Ich stehe dann aber. Ja, definitiv, du würdest den nehmen, Patricia hätte auch keine Bauchschmerzen damit, liebe Leute, wir können das hier frei verteilen. Patricia, wir können sie uns teilen. Vielleicht kann die Ulrika Siggenberger den Kontakt herstellen, der arme Fan, der deswegen, wegen der Pyro, wegen des Pfiffes, seine Karte zurückgegeben hat, der scheint aber auch noch, wenn wir ehrlich sind, nicht richtig lang bei der Eintracht dabei gewesen zu sein, sonst würde die Situation vielleicht ein bisschen anders beurteilen. Naja. Ich hätte da eine Frage, wie geht's euch jetzt eigentlich? Man wird ja, wenn man mit Eintracht-Merch rausgeht, offensichtlich angefeindet und keine Ahnung, bespuckt und was dieser Artikel nicht sonst noch nahegelegt hat, wie geht's euch damit? Also bei mir ist es natürlich mittlerweile so, ich gehe gar nicht mehr vor die Haustür, deswegen ist es halt schlimm, als Eintracht-Fan gesichtet zu werden draußen, dann ist es halt auch schon vorbei. Du wirst ja quasi mit Mistgabeln gejagt, das ist halt wirklich nicht mehr schön heutzutage und da wollte ich einfach mal fragen, was macht das mit eurer Psyche auch? Ich gehe nur noch nackt vor die Haustür und dann wird mir aber immer nahegelegt, auch Klamotten anzuziehen, aber ich habe dann auch Angst, weil ich will ja keine Eintracht-Klamotten anziehen, also es ist, wie man es macht, würde ich sagen, heutzutage darf man nichts mehr. Ihr Lieben, ihr kennt das ja. Das ist natürlich eine schwere Herausforderung, Marvin, also ich habe da jetzt schon ein bisschen mitglatt. Aber René, wie machst du das denn? Ja, also ähnlich, ich gehe auch nicht mehr vor die Tür und wenn dann nur noch im Dunkeln, dann schleiche ich mich so von Baum zu Baum, ja, damit ich dann da nicht nicht gesehen werde, also ich meine, ich wohne hier auf dem Dorf, also hier hat jeder eine Mistgabel zu Hause, das ist halt schwierig hier, ne? Ja, also, es ist schon traumatisierende Erlebnisse. Auf jeden Fall, ja, du gehst nur noch zur Tankstelle in der Nähe wahrscheinlich, nur wenn sie diesen Counter noch haben. Genau, ich mache den Kajo und gehe eigentlich nur noch zur Tankstelle, ja. Also ich habe mir jetzt ein RB Leipzig-Trikot gekauft, um einfach einen guten Verein jetzt auch mal zu unterstützen. Okay, jetzt ist der Spaß definitiv vorbei. Aber erst endlich mal ein positives Erlebnis und wirklich auch dieses Kommerzialisierte zu leben, das ist für mich eine große, große Freude und es ist wirklich schön, die Leute gratulieren dir, bieten dir Geld an auf der Straße, nehmen dich in den Arm, drücken dich, geben dir einen Kuss, ohne dass du was machen musst, also es ist toll. Wie viele Familien haben dir schon ihr zukünftiges Erstgeborenes versprochen? Oh, viel zu viele, also kann ich gar nicht alle aufnehmen und nein, ist wirklich toll und das innerhalb von wenigen Tagen, also ich kann es nur empfehlen. Ja, ich muss das, ich muss das mal mit meinem zweiten und dritten Ich besprechen, ob wir uns dazu durchringen können, ich weiß es noch nicht. Oh Gott, oh Gott. Naja, wir werden sehen. Jetzt machen wir noch Spaß drüber, Achtung, Achtung, die Bild-Zeitung wird drüber berichten. Ja, ich befürchte auch, die haben ja sonst nichts zu schreiben. Ich weiß nicht, ob meine Nominierung da mithalten könnte, die ist natürlich nicht so qualitativ hochwertig wie die vom lieben Marvin. Ich würde trotzdem an der Stelle jetzt einfach mal die DFL als Veranstalter und Planer dieser Liga als dritten Nominierten hier hinschieben, dass man einfach da nicht schlau genug war und sich das vorher überlegt hat, in welche Richtung das gehen kann. Ich fand auch dieses Video danach gut. Habt ihr es gesehen auf Social Media? Ich glaube, war das mit einem Bundesliga-Account oder von der Sängerin, die da irgendwie gesagt hat, von wegen, oh, das war alles so toll und ich habe mich so gefreut und ich konnte nach dem Spiel gucken. Ja, die vor allem gesagt hat, Frankfurt-Eintracht gegen Bayern-München. Ich habe mir gedacht, okay, hätte man das Voice-Over nicht vielleicht nochmal aufnehmen können, wenn man es schon falsch gesagt hat. Hätte man nicht einfach irgendwie den Text auf dem Teleprompter irgendwie richtig schreiben können? Das hat die doch sowieso abgelesen. Ja, das war alles in allem auch ein gutes Video und aber ich habe halt, also ich war noch im ersten Satz, das war glaube ich der erste Satz, war ich halt auch schon wieder draußen, weil ich mir dachte, na gut, Frankfurt-Eintracht, wer kennt es nicht? Ja, das ist alles so weh. Wow, okay, cool. Muss ich unbedingt nachher mal schauen. Auf welchem Account ist das? Ich glaube, es war auf dem offiziellen Bundesliga-Account. Ich mache jetzt ein bisschen schamlose Werbung. Ihr könnt ansonsten einfach die aktuelle Folge von den Kollegen von 390 hören, die haben es noch vor das Intro davor gepackt. Also wenn ihr euch da die ersten 60 Sekunden anhört, dann habt ihr zumindest das Audio davon. Ja, das ist auf dem Bundesliga-Account bei Twitter. Okay, danke, danke, Ja, ich finde es halt, also da hat man sie aber auch nochmal hängen lassen, oder? Die Sängerin, also ich glaube, sie hat halt wirklich nicht so viel Ahnung und dann haben die Leute, die Macher von diesem, weiß ich nicht, die Admins, wie man sagt, von diesem Kanal oder die Produzenten dieses Videos gesagt. Creator, du musst Neudeutsch Creator sagen. Creator. Yes. Haben sich dann gedacht, ach, das passt so, wir geben das mal so online, ist ja ihr Problem, wenn sie dann ziemlich dumm dasteht. Haben die die Kommentare offen, oder die DMs offen gelassen? Kannst du da kommentieren? Oder waren sie wenigstens so schlau, die auszupfen? Nee, die Kommentare sind offen, du kannst kommentieren. Oh Gott. 77 zitierte Tweets, 151 Antworten. Profis. Here we go. Eine witzige, Herr Kapitän. Ja, also auch absolutes Highlight-Geschäft. Grüße an Glasperlenspiel, das ist ja eine Sängerin, wie ich gelernt habe. Ja, ist korrekt. Erneut Kugel, mein Freund und Helfer. Ja. Sie sagt es aber auch, glaube ich, am Anfang von dem Video. Als ob ich das verstehe. Ja, also, dann haben wir diese Woche, habt ihr noch Nominierte? Ich glaube, wir haben drei, außer, wenn jetzt noch jemand was hat. Dem scheint nicht so zu sein. Nein, nein. Dann machen wir mal wieder in guter alter Manier. Liebe Hörerinnen und Hörer, es wird in den Shownotes zu dieser Folge eine Abstimmung geben. Dann dürft ihr mal wieder euren Dummschwärzer der Woche wählen. Es sind wirklich spannende Kandidaten dabei. Ich könnte mich jetzt nicht auf Anhieb zu einem Ergebnis, zu einer Ergebnisprognose hinreisen lassen. Das ist das, was ich sagen wollte. Ich bin sehr gespannt, wer für euch der größere Dummschwärzer der Woche ist und wir werden es auf jeden Fall in der kommenden Woche auflösen, meine Damen und Herren. Was wir nicht mehr auflösen brauchen, ist das Ergebnis des vergangenen Bundesligaspiels, nämlich das Eröffnungsspiel, über das wir jetzt schon lange gesprochen haben, gegen die Bayern. 1 zu 6 ist nachher der Endstand. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht mehr über jedes Tor irgendwie einzeln sprechen, aber vielleicht die Frage an euch, was nehmt ihr denn aus so einem Spiel mit? Ich weiß, so die klassische Frage, was man auch auf dem On-Field-Review so jedem direkt irgendwie als erstes fragt, was nehmen sie denn aus dem Spiel mit? Ich finde diese Frage so großartig, deswegen stelle ich sie euch. Liebe Patricia, was nimmst du aus diesem Spiel mit? Ja, was nehme ich mit? Die Abwehr muss stabiler werden, würde ich sagen. Das ist eine sehr gewagte These bei sechs Gegentoren, aber ich stelle sie jetzt einfach mal so auf. Ne, also das hat nicht so gut geklappt. Ich glaube, man ist da vielleicht ein bisschen zu mutig reingegangen in die ganze Geschichte. Maybe. Ich hatte das Gefühl, das war sehr, sehr offensiv ausgerichtet auch. Also da sind wirklich alle wieder nach vorne geprescht und das Problem war dann vor allen Dingen auf den Außen. Also die Bayern hatten da komplett Räume, die haben auch jedes Mal in den Rücken spielen können. Der Außenverband, der Außenverteidiger sowie auch der zentralen defensiven Mittelfeldspieler. Also ich finde auch, dass das Zentrum war ja erschreckend schwach, muss ich sagen. Also das ging einfach zu einfach zu überspielen. Und dann standen die halt jedes Mal mit ihren extrem schnellen Spielern, mit ihren qualitativ sehr hochwertigen Spielern vor der Innenverteidigung in Überzahl. Und naja, dann sieht das halt auch doof aus. Also ich fand das da sehr, sehr oft sehr amateurhaft aus. Und es sah auch viel zu einfach aus. Also die konnten sich eigentlich unsere Abwehr zurechtlegen, wie sie wollten. Und ja, da rutschte halt mal ein Mané durch. Man kennt's. Und dann, ja, alles in allem, ich fand die Defensive sah nicht gut aus. Plus, klar, ich glaube, das Spiel hätte vielleicht noch anders verlaufen können, wenn man auch die eigenen Chancen genutzt hätte, wie so oft. Also ich finde, es gab ja ein, zwei Chancen, zum Beispiel die von Lindström ist ja die ganz, ganz große Chance. Ich glaube, ein Lattentreffer auch, war das ein Dika, Tuta, einer von den Innenverteidigern, Tuta. Ein Kaufmann von Tuta. Ja, wären die zwei Dinger drin gewesen. Wer weiß, ob sich da nicht eine andere Dynamik entwickelt hätte, aber alles in allem, glaube ich, die Bayern waren einfach eine Nummer zu stark an dem Tag und ja, die Eintracht irgendwie nicht so sortiert, wie sie hätte sein sollen bei so einem Gegner. Ja, also sehr gut gesagt. Alles sehr gut zusammengefasst, Dass die zweite Halbzeit aber wesentlich besser war. Ja, korrekt. Die zweite Halbzeit ging eins zu eins aus. Ja, korrekt. Ist für mich ein deutlicher Aufwärtstrend schon zu erkennen in dieser Hinsicht. Nein, muss man ein bisschen, aber lustigerweise war die zweite Halbzeit schon wirklich besser. Ich habe das Gefühl gehabt, dass die Eintracht so ein bisschen arrogant auch war. Also so zu leichtfertig das Spiel nicht zu ernst genommen hat. Wir haben krasse Fehler auch von Tute, auch von dem Endika gesehen, die wirklich nicht mit dem Kopf richtig da waren. Aber in der zweiten Halbzeit auch durch einige Einwechslungen haben wir durchaus ein paar mehr positive Akzente gehabt. Klar, wir wissen nicht, was es, wenn Lindström das Tor macht zum 1-2, würde da nochmal was passieren. Das können wir nicht genau vorhersagen, aber die Tore sind halt brutal zu einfach gefallen. Und trotzdem, wenn man auch was Positives mitnehmen will, ich glaube, Dennis kommt vielleicht noch mit ein paar negativen Sachen um die Ecke, will ich trotzdem was Positives sagen, dass mir ein Randall Kolomohani bei seiner Einwechslung, nach seiner Einwechslung sehr, sehr gut gefallen hat und auch ein Ali Du durchaus positive Akzente gesetzt hat. Ja, richtig gut. Ja, also vor allem Kolomohani hat mir richtig, richtig gut gefallen. Also der hat direkt gezeigt, was er drauf hat, beziehungsweise auch die ganzen Stärken, die man ihm so vorher angedichtet hat, beziehungsweise, was heißt angedichtet, aber von denen uns berichtet wurde, hat er eigentlich schon so angerissen jetzt in dem Spiel. Und das hat mich beeindruckt. Also ich glaube, an dem werden wir auf jeden Fall noch viel Spaß haben. und ja, Manuel Neuer, das ist ja nicht so gut gelaufen dann. Das war halt das, was war das? Das 5-1, glaube ich. Ja, das war das 5-1 und dann kam noch. Aber mein Gott, also das hat, ich muss ehrlich sagen, das hat mich irgendwie nochmal so abgeholt und irgendwie nochmal positive Emotionen geweckt in dem Spiel, in dem du halt schon zu Hause 5-0 hinten lagst, wo du eigentlich schon bedient warst. Aber das hat mir nochmal ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert, weil das halt auch so richtig frech war. Also er geht einfach hin und denkt sich, ja, nö, komm halt raus, aber dann fängst du dir halt auch das Tor. Und das war schon ganz geil. Also hat mir richtig gut gefallen. Ich weiß nicht, ob Arrogant das Richtige ist, Marvin. Ich glaube eher, man war dann zu sehr in diesem, wir müssen jetzt irgendwas liefern. Also man stand ja sowieso schon sehr hoch und hat da gefühlt viel Raum angeboten. Das war ja auch so stellenweise das, was wir gegen Magdeburg schon gesehen haben. denen fehlte dann aber so ein bisschen die individuelle Klasse, um das effektiv auszunutzen. Und nach dem 0 zu 2 fand ich, war man zu sehr in diesem Brechstangenmodus und hat versucht, irgendwas zu erzwingen und hat noch höher gestanden. Und das war halt eigentlich genau der Fehler, den du an der Stelle nicht machen kannst, weil du damit halt unendlich viele Räume angeboten hast. Ja, kann man auch so sehen. Ich hatte das tatsächlich aber in der Defensive gesehen, als die Ballverluste zu einfach waren, aber auch teilweise auch ein Dika gerade viel zu lang mit dem Ball herumgewurschtelt hat und gedacht hat, da kommt ja offenbar eh keiner. Natürlich kam dann sofort einer und hat erst mal und hat den Ball weggenommen. Also das waren für mich diese Gedankensständigkeit, die gerade bei einem Ndika total oft da ist. Hat mir ein bisschen gefehlt, aber ab zur Diskussion. Ja, ich glaube, da ist halt auch so ein Fehler, dass man zwar den Ball gewonnen hatte, also teilweise, teilweise hat man ja auch nicht gewonnen, das ist dann halt auch das Problem, aber dass man quasi in dem Versuch dieses Ballgewinns oder mit dem Ballgewinn sich schon direkt in diese Offensive orientiert hat und Bayern hat halt einfach auch ein unwahrscheinlich hartes Pressing gespielt und selbst wenn sie den Ball verloren haben, haben sie ihn halt in der nächsten Aktion wiedergewonnen und dadurch, dass aber unsere komplette Defensive dann schon auf Konter aus war und in der Offensivbewegung kannst du halt dann einfach logischerweise als Spieler dich nicht so schnell wieder in die Defensive bringen und dann hast du halt auf der Gegenseite einen Spieler wie ein Mané oder halt auch ein Musiala oder irgendwas, die halt einfach dann davon sind. Also das Problem war ja nicht, dass sie vor unserer Abwehr plötzlich standen und das Problem war ja, dass sie in neun von zehn Fällen mit dieser Aktion schon hinter unserer Abwehr waren mit dem Ball. Dann ist halt einfach vorbei. Ja, ihr habt beide ja recht. Es ist ja so, es war taktisch nicht hundertprozentig ideal und gerade in der ersten Halbzeit hat man gesehen, also war das Spiel ja nach fünf Toren war es eigentlich entschieden. Muss man ja ganz offen sagen, da war auch so ein bisschen dieser Spirit raus und da muss ich sagen, hat auch die Patrizia genau recht, dass wir da eigentlich nicht aufgehört haben, Fußball zu spielen und dass im Endeffekt hier dann noch ein geiles Tor, also oder dass Kolomuani sich dann noch mit einem Tor belohnt, das im Endeffekt auch nochmal ein positiver Effekt war und da muss ich sagen, einen positiven Punkt, den wir hier noch an der Stelle hatten, der jetzt nicht unbedingt für die Zukunft ist, sondern den einfachen versöhnlichen Abschluss Kostic auch zu, ja, dass er nach 75 Minuten, war es ja glaube ich, dann den Platz verlassen hat, nochmal diese Ehrenrunde gelaufen ist. Keine Ahnung, ob im Endeffekt dann doch schon mehr auch zu dem Zeitpunkt bekannt war oder ob es wirklich eine vorsichtssachsame oder was weiß ich war, aber es war toll, dass er sich im eigenen Stadion nochmal so verabschieden konnte, das hat mich positiv auf jeden Fall dann jetzt nochmal so in der Nachbetrachtung gestimmt, ansonsten hat da so viel nicht funktioniert und das ist sicherlich auf Bruder Leichtfuß mit, ach naja, dann reicht auch, wenn ich heute mal mit 90 Prozent draufgehe und die Mannschaft funktioniert, wir kamen aus einer starken Vorbereitung, so dieses ganze Kopfding ist wichtig, jetzt haben wir Bayern-Spiel kannst du immer verlieren, die Art und Weise war wirklich mies, aber vielleicht ist das auch der Dämpfer, den wir brauchen, um jetzt uns auch ein bisschen für die nächsten Spiele anders aufzustellen. Dennis, ich bin da auch vollkommen bei dir, das ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst, denn natürlich rede ich mir das, wie ich das auch manchmal mache, mir einfach auch schön. Das will man auch sonst anders tun. Ja, ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass es beispielsweise wirklich besser ist, jetzt halt den krassen Dämpfer gesetzt bekommen zu haben, zu sagen, nee, so geht's nicht, Freundchen, aber dass es dann halt auch so ist, dass man genau weiß, okay, das ging jetzt richtig in die Hose, stell dir mal vor, wir hätten dann so eins, zwei verloren und dann so ein knappes Ding und dann gegen die Härte auch irgendwie unglücklich und dann sagt man, naja, naja, es geht schon, lieber jetzt einmal richtig auf den Sack bekommen und dann wissen, nee, so geht's nicht, auch das Glas dementsprechend, das darf man auch nicht vernachlässigen, erinnern wir uns, die ganze Vorbereitung war perfekt, jeder hat eigentlich davon, wie harmonisch alles ist, wie Wunderbärchen, keine Ahnung, hat nur fast gefehlt, dass sie sich gegenseitig irgendwelche Blumenkronen machen und an den Kopf stecken oder so, so perfekt klang alles, auch wenn man Filtern ja manchmal gehört hat oder so eine Trainingslage, insofern ist es vielleicht ganz gut, dass jetzt mal ein bisschen Reibung in den Karton jetzt reinkommt und dass daraus vielleicht etwas entsteht, was sogar noch besser wird und auf jeden Fall ist es so, dass sie jetzt gewarnt sind und für die kommenden Spiele nicht mehr so ganz so leichtfertig agieren werden. Ich glaube, wie sagt man, die Hoffnung ist auf jeden Fall da, ja. Ja, genau, lieber einmal so krasses Ergebnis als so Tropfenergebnisse. Ich glaube schon, dass diese Deutlichkeit und jetzt muss man natürlich auch noch ergänzend sagen, es stand zur Halbzeit 5-0, es hätte aber auch 7-0 stehen können, wenn die Bayern halt auch nach diesem komischen Slapstick-Einlagen-Ding von Müller nicht noch zweimal den Pfosten getroffen hätten, sondern die Dinger auch noch reingemacht hätten. Also, da wäre auch für die noch mehr drin gewesen. Ich glaube schon, dass das ein ordentlicher, eine ordentliche Ansage war, da jetzt auch noch mal über solche Spiele besser nachzudenken und zu überlegen, gerade auch die kommenden Gegner, vielleicht auch dadurch noch mal ein Fünkchen mehr ernst zu nehmen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil man hat ja auch schon gegen Magdeburg tatsächlich gesehen, dass die Abwehr gar nicht so ganz auf der Höhe ist. Also, die hatten auch Raum und Gelegenheiten, haben die aber nicht so nutzen können wie die Bayern. Und wenn du dann irgendwie 4-0 gewinnst, dann nimmst du das vielleicht gar nicht so ernst. Das wäre wahrscheinlich ähnlich gewesen, wenn du gegen eine schwächere Mannschaft gestartet hättest. meinetwegen, sagen wir mal Augsburg, die haben auch nicht gut performt am ersten Spieltag, hättest die als Gegner gehabt und hättest zwar die gleichen Probleme im Kader oder halt auf dem Platz gehabt, aber hättest das Ding irgendwie 3-1 gewonnen, dann würde wahrscheinlich einfach der Ernst der Lage nicht so erkannt werden, beziehungsweise man würde das gar nicht so ernst nehmen insgesamt. Und so hast du es jetzt schmerzlich aufgezeigt bekommen. Klar, nicht jeder Gegner ist Bayern und das wird vielleicht nicht immer so dramatisch ausgehen, aber du weißt jetzt, okay, wir spielen eine Champions League Saison, da werden starke Gegner kommen und okay, du triffst auch noch ein zweites Mal auf die Bayern und du triffst auch auf Leverkusen und Dortmund und andere Teams, die irgendwie eine Offensive haben, die spielstark sind oder wer auch immer das Überraschungsteam der Saison sein wird. Das wird passieren und das kann dir auch gegen schwächere Gegner passieren. Von daher, letztendlich kann man vielleicht sogar froh sein, dass das jetzt so früh passiert ist und dass man das nicht irgendwie noch bis zum Ende des Transferfensters irgendwie durchschleppt und am Ende vielleicht irgendwie auch sogar eine Chance verpasst, da noch nachzujustieren, wenn das denn wirklich nötig sein sollte. Genau. Ja, ist auch ein wichtiger Punkt. Genau, lieber früh als spät. Deswegen auch der Transfer, so wie es beim Transfer bei Kostisch der Fall ist, dass wir jetzt noch theoretisch Möglichkeiten haben, uns Dinge zu überlegen, ist es auf der anderen Seite auch gut, genauso früh diesen Dämpfergesetz bekommen zu haben. Hoffentlich reden wir uns das nicht nur schön, sondern wird es auch schön. Ja, das ist richtig. Habt ihr sonst noch was Ergänzendes zu diesem Bayern-Spiel? Ich liebe es, dass wir 1 zu 6 untergehen und trotzdem Thomas Müller noch raus sieht wie ein Depp. Nein, Spaß und so wenigstens. Ja. Und übrigens neu auf die Bank, es ist trotzdem wahr. Ich finde aber ganz ehrlich, wir haben es eben angedeutet, wir haben es jetzt schon ein, zwei Mal gesagt, wie geil war dann trotz dieses Ergebnisses dann der Support sowohl für Kevin Trapp, aber das rückt dann die Sache auch in so eine Perspektive. Hey, es ist Saisonstart, aber fuck it, wir sind vor ein paar Monaten erst fucking Europa-Cup-Sieger geworden. Ja. Das ist überhaupt nicht jedem Eintracht-Fan überhaupt vergönnt. Ja, es ist überhaupt nicht, das kann nicht jeder von sich sagen, dass er so eine Zeit dann mal miterlebt. Und dann ist halt das Auftaktspiel gegen die Bayern vielleicht auch nur zweitrangig und dann bist du ein bisschen selbstironisch und dann feierst du dich auch vielleicht selbst, aber weißt trotzdem, was du an deinen Spielern hast, lässt trotzdem so einen Philipp Kostic dann nochmal gebührend sich verabschieden, feierst trotzdem mit Kevin Trapp, bist ein bisschen ironisch bezüglich Manuel Neuer. Das sind all die Momente. Das ist das, warum ich dann noch ins Stadion gehe, warum ich mich freue und dann mit Dennis und Marco dann ein Bierchen trinke und dann, gut, das Spiel ist jetzt egal, aber wo gehen wir jetzt nachher noch einen Apfelwein trinken? Ja, dann ist das doch. So ist das, ja. Sowieso eine der wichtigsten Fragen überhaupt, wo gehen wir nachher noch einen Apfelwein trinken? Ja. Ich hoffe, ihr habt die Frage für euch beantwortet und seid danach noch einen Apfelwein trinken gegangen. Nein, wir haben Jackie Cola getrunken. Ja gut, lass ich als Alternative gerade noch so durch. Ja, kein Problem. So, jetzt lass uns doch mal ein bisschen nach vorne gucken oder möchtest du erst über die Marketingmaschine Eintracht sprechen, lieber Marvin? Nur mal ganz kurz, ja, tut mir leid, ich weiß, es muss euch nerven, aber wir sind ja auch hier ein kritischer Podcast, der auch selbstkritisch mit Situationen umgeht, mit der Eintracht positiv zu Gesicht stehen, aber, liebe Leute, ich weiß nicht, wer von euch das gesehen hat und die Eintracht macht das ja auch immer ganz geschickt, denn es ist ja ein smarter Verein, die aber gewisse Partnerschaften dann auch mal, ja, wie soll ich sagen, verbinden und dann aber nicht auf allen Kanälen streuen, was natürlich nicht großartig auf Twitter beispielsweise war, war die neue Partnerschaft mit Pepsi und da will ich euch nur kurz was vorlesen. Ähm, der Werbetext, die in Co-Kreation entwickelte Dose verbindet die Heritage des Vereins mit urbanem Lebensgefühl und dem Challenger-Spirit, den die Eintracht und Pepsi Max gleichermaßen verkörpern. Ja, das ist der Werbetext für die Eintracht. Kannst du mir als 40 Jahre alten Mann das einmal kurz in eine Sprache übersetzen, die ich spreche? Was steht da? Ich glaube, ich glaube, würde sagen, ja, Pepsi Max und die Eintracht sind beides irgendwie Underdogs und deswegen passen die gut zusammen. So würde ich es übersetzen. Ja, also bei Pepsi kann ich verstehen, warum die Underdogs sind, weil das Zeug schmeckt halt einfach nicht. Fair enough. Ja. Mache ich mich jetzt auch wieder unbeliebt, aber ist halt leider so. Kann man nicht schrinken, das Zeug. Schreibt uns Pepsi oder Cola. Äh, Coca meine ich. Coca-Cola, genau. Ja. Genau, oder Fritz, Fritz-Cola lasse ich auch noch mit mir reden, aber Pepsi geht halt gar nicht. Okay, aber Eintracht, Underdog, also du merkst, das sind halt nur so Sachen, die werden in anderen Kanälen geteilt, das sind halt, wo ich mir so, ah, okay, so ein bisschen cringe so, das ist jetzt kein Weltuntergang, aber wir müssen da ja auch mal ein kritisches Auge auch drauf haben, gleichzeitig auch, wie die Eintracht für andere Zielgruppen, sag ich mal, sich schon ein bisschen durchkommerzialisiert. ich, ich mach das jetzt vom Schlimmheitslevel, so, weißt du, ich komm gleich zum ganz Schlimmen, aber dann gab's dann jetzt auch ein neues Format, das heißt jetzt Matchday, das ist jetzt offenbar für die, die daheim geblieben sind, gibt's ein neues YouTube-Format, der Jochen Stutzky, der macht das ja grundsätzlich auch gut, denke ich mir aber auch, ja, das sind dann so eigene Formate, die so komplett selbst produziert sind, dann auch so ein bisschen, ja, kommt da mal was Kritisches bei rum, naja, naja, ich mag ja diesen Jochen Stutzky, der macht das ja echt gut, aber, muss man sagen, ist jetzt, ich hab dann so automatische Abwehrhaltung, weil für mich das einzige Matchday-Format, was ich vorm Spiel brauche, ist halt tatsächlich, äh, die Waldtribüne, ja, wo dann Pia und Bewe dann wunderbare Gäste einladen, aber ich hab dann auch mitbekommen, dass das eine das andere gar nicht konterkariert, insofern war ich dann ein bisschen relaxed. Ich frag mich immer noch, wozu man ein Insta-Live braucht, wenn man das jetzt jedes Mal macht, nur weil der Bus im Stadion ankommt, ähm, die ganz Jungen unter uns, äh, werden mir das vielleicht noch erklären können, ich muss dann sagen, weiß nicht, ob ich bei jeder fucking Bus-Ankunft in Insta-Live machen muss. Ich bin ja schon froh, dass wir uns nicht um den Bus tanzen und den irgendwie segnen wollen, also, so, du hast, du, man muss ja mit den kleinen Dingen schon zufrieden sein. Ja, ich merk, du hebelst meine Argumentations-Kette hier sehr gut auf, aber, äh, und jetzt komm ich zu dem, was ich wirklich ein bisschen schwierig finde, ähm, also, die Eintracht ist ja tatsächlich medienrestriktiv in gewisser Hinsicht, verkauft dann aber eigene Inhalte dann halt manchmal sehr groß und, äh, wenn ich dann lese, ein Exklusiv-Interview mit Mario Götze, ja, aber es ist halt auch einfach euer Spieler, was ist daran so exklusiv? Ja, und dann gucke ich mir das Video an und denke, gut, wo waren jetzt hier kritische Fragen? Und da muss ich sagen, ja, man muss aufpassen und ich habe ein Auge darauf, wollte ich nur. Ich weiß nicht, habt ihr das mitbekommen mit dem Mario Götze? Die ganze Beispiele-Geschichte? Nein, 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 hast du das mitbekommen? Am Rande, ich habe nicht mitbekommen, dass sie es als Exklusiv-Interview verkauft haben, ich habe nur gesehen, dass ein Interview gedroppt wurde, aber ich kam auch, ehrlich gesagt, nicht dazu, das zu lesen, von daher. Du hast die ganzen Kostich-Gerüchte gelesen, ich habe das die ganze Zeit ignoriert, deswegen war ich so überrascht, dass alle so gehatet waren und irgendwie total, wie soll ich sagen, wenig Relax bezüglich Kostich, ich habe alles, ich habe zwischenzeitlich das Hashtag einfach gemutet, dann ging es, aber du hast wahrscheinlich das gelesen und dafür die anderen Sachen nicht mitbekommen. Das ist wirklich so, also das hat wirklich meine Timeline komplett überflutet, das Kostich-Thema, und das war es, und ansonsten habe ich auch versucht, mich fernzuhalten, weil mir das zu viel war und ich mir dachte, ich will das gerade gar nicht alles lesen, diese Wasserstandsmeldungen, sagt mir doch einfach, wenn es Sache ist, oder halt nicht, aber ja, von daher, ich habe das so einen Mischmasch, also entweder komplett die volle Kostich-Strönung oder halt wirklich so wenig wie möglich, von daher ging der Rest anscheinend ein bisschen unter. Na gut, also, wir teilen uns den Job auf, du bekommst da kritische Sachen mit, ich bekomme da kritische Sachen mit und wir werden es besprechen, wie gesagt, ich meine, es ist natürlich so, da bekommt auch nicht jeder dann halt ein Interview von Mario Götz, sondern das kann ich schon aus klicktechnischer Hinsicht verstehen, dass die Eintracht das für sich vermarktet. Ich halte es trotzdem nur für sinnvoll, auch hier anderen Medien noch genügend Raum zu bieten, damit sie kritische Fragen stellen können. Und dann ist für mich die Vermarktung eines Exklusiv-Interviews mit dem eigenen Spieler nicht das große Ding. Aber ich will auch nur manchmal ein bisschen dagegenhalten, damit ich, es ist nicht alles so weich gespült. Ja. Marvin, es ist natürlich hier so ein bisschen die Frage, was soll mit diesem Video oder dem Interview dann erreicht werden, so ein bisschen Larifari, hallo, toll, toll, dass du da bist, so ungefähr. Naja, der Titel des Interviews ist Spaß ist mir wichtig. Das passt ja hier auch dann. Also ich glaube, hier darf keiner das erwarten, was man, da haben viele wahrscheinlich eine andere Auffassung von, was soll ein Interview abdecken? und das sind wir wieder bei der Kultur des, ich nenne es mal Medienkonsums oder wie auch immer wir darüber sprechen wollen, den wir eh schon kritisch oft sehen, dieses Weichspüler-Format dann zu sagen, okay, ich werde mit dem und dem beladen, weil die Zielgruppe es so will, ist natürlich super schwierig. Finde ich auch sehr, sehr schade, dass die Eintracht das natürlich so fährt, ist aber glaube ich einfach Zeitgeist, muss man sagen. Also jeder muss glaube ich als Konsument eher dann schauen, wer hat denn da ein Interview, wer macht das, dass man es dann exklusiv wirklich sagt, kein anderer soll oder kein anderer darf mit dem Spieler so ungefähr sowas machen, das wäre natürlich hier wirklich, wirklich krass, wenn das als hart Linie gefahren wird. Ansonsten, wenn du sagst, als erstes macht halt die Eintracht erst mal was und danach dürfen die anderen erst dran und wir machen erst mal so ein Larifari-Ding, da hat glaube ich keiner was dagegen. Trotzdem, jeder muss, und das ist wichtig und hier auch nochmal an alle die unsere Hörer, der wichtige Hinweis, schaut euch genau an, wer und wie und was da Interviewsachen eben, ja, der Hintergrund auch dahinter ist, wer die Personen sind, denn man kann natürlich viel auch in eine gewisse Richtung manipulieren und die Eintracht wird sicherlich auch hier das größte Interesse haben, das so positiv darzustellen, wie es geht und ja, muss man einfach klar sagen. Eine Sache frage ich dich, hängt das eine mit dem anderen zusammen? Also, wir haben eben über eine absurd überkritische Berichterstattung bezüglich der Pfiffe gesprochen und hängt die Art und Weise, wie auf der anderen Seite restriktiv damit umgegangen wird, mit Interviewfreigaben, mit wirklich exklusiv Interviews für Medien damit zusammen, dass sie auf der anderen Seite noch krassere, absurde Geschichten stricken müssen, um dann an Klicks zu kommen. Weißt du, was ich meine? Also, ist das so eine Wechselwirkung? Wäre es vielleicht sinnvoller, man würde mehr möglich machen für die Medien, damit sie sich wirklich mit dem Kader und mit den Spielern auch intensiver beschäftigen und dann gar nicht auf die Idee kommen, so ehrlich denn Beiträge über Rüppelfans oder so zu machen? Weiß ich nicht, das ist nur eine Idee. Hast du völlig recht? Ja, klar, logisch. Obwohl, sind wir uns einig, die Bild-Zeitung wird diese Scheiße trotzdem abdrucken bezüglich Dings, weil es wahrscheinlich mehr Gutes gibt als irgendwas gut journalistisches. Das ist jetzt kein Hardguess, also das ist schon klar, dass das so sein wird. Aber klar, logisch, hast du völlig recht, es wäre sehr wünschenswert und es wäre sehr schön, wenn im Endeffekt allen die Möglichkeit gegeben wird, auch hier kritisch zu hinterfragen, Sachen entsprechend auch anzusprechen, die unangenehm sind, weil es eben auch im Interesse von allen eigentlich wieder ist. Es ist ein öffentliches Interesse und da hoffe ich einfach drauf, dass das hier ein zeitlich begrenztes exklusives Recht dann teilweise ist und die Eintracht etwas offener damit umgeht, wenn sie geprüft hat, wer das überhaupt machen will. Es muss ja gar nicht willkürlich und jeder Idiot kann hier, sondern man erkennt es ja aus der Agenda oder dem Weg der Vita sozusagen derjenigen, die das dann verarbeiten wollen, die das Interview halten wollen, haben die gute Jobs bis jetzt gemacht und warum dann nicht? Warum sollte man dann nicht Kooperationen auch anstreben etc.? Also ich glaube, da ist noch viel, viel Luft nach oben und die Eintracht findet sich, aber da haben wir ja schon oft drüber gesprochen, nach dem, was wir früher oder andere Clubs auch machen, das ist die Eintracht wahrscheinlich noch zehnmal besser, ist aber auch noch auf einem Weg hin. Perfekt ist es, garantiert ihr auch noch nicht. Jetzt bin ich mit den Daumen. Schauen wir mal, wie das Marketing-technisch da weiter vorangeht. So, jetzt lassen wir uns mal noch, damit wir hier die Runde oder das Themenfeld noch komplizieren, mal noch nach vorne schauen auf das Thema der kommenden Spiele und da ist natürlich ein Spiel jetzt ganz prägnant und steht ja unmittelbar bevor. Basti hatte ja schon vorhin seine Sprachnachricht aus Helsinki geschickt, dem Ort, wo morgen der Supercup zwischen Real Madrid und Eintracht Frankfurt ausgetragen wird. Wie ist denn so eure Einschätzung für das Spiel? Ist das für euch eher so Bonusspiel oder ist das schon so harter Wettbewerb? Patricia, wie siehst du das? Ja, es ist ehrlich gesagt, in meinem Empfinden, meinem Empfinden nach ist das ein Bonusspiel, wobei man irgendwie auch sagen muss, da gibt es noch mal extra Kohle, die die Eintracht brauchen könnte, wenn man das Ding gewinnt. Plus, es ist natürlich auch trotzdem ein Titel und ich glaube, jeder möchte, vor allem auch die Spieler, möchten da irgendwie mit noch einer Trophäe nach Hause gehen. Das wäre schon cool, man will sich gut präsentieren gegen einen Gegner, der absolute Weltklasse ist. Von daher, ja, also meinem Empfinden nach ist das irgendwie so ein Bonusspiel, aber ich verstehe schon, dass da eine gewisse Wichtigkeit dahinter steckt auch. Auch eine gewisse Einmaligkeit in Anführungszeichen. Ich muss sagen, Einmaligkeit im Sinne von, wenn es jetzt der Supercup aus der Bundesliga und DFB-Pokalsieger und so weiter ist. Meines Weges, das ist so, das interessiert meistens eh kein Schwein und naja, wird halt mitgenommen. Das ist aber hier sowas, Champions-League-Sieger gegen Euro-League-Sieger ist schon was, dass wir da mitspielen dürfen. Das muss man schon mit einer gewissen Respekt auch trotzdem, finde ich, sehen, weil es wird so ein bisschen Larifari, auch ein Freundschaftsspiel. Das passt uns eigentlich gar nicht so richtig in den Kalender rein. Warum ist das Mittwoch? Was ist das für ein Scheiß? Ja, klar, logisch, es ist sicherlich viel begründet auch dabei. Trotzdem, ihr habt wichtige Punkte gerade, Patrizia, du sagst es, du kannst noch mal Geld mitnehmen, kannst einen geilen Titel eigentlich dann doch gewinnen, weil es eben auch, ja, haben nicht so viele diese Möglichkeit, auch da mitzuspielen. Und wenn du dich in diese Reihe eintragen darfst, als Eintracht Frankfurt, da muss das schon auch, finde ich, ein bisschen mehr Würdigung bekommen, als so ein dämlicher Commerztitel, warum einfach nur, damit du noch mal ein bisschen mehr vermarkten kannst. Das ist natürlich wahrscheinlich der Hintergrund, warum es gespielt wird. Trotzdem ein bisschen, ein bisschen Fußballromantik sollte heute auch noch dran sein. Wir wollen ja nicht alles kaputt reden. Also mir wird schon gefallen, wenn wir morgen mitspielen können. Es wird aber, glaube ich, trotzdem auch gegen Real unglaublich schwierig werden. Aber gut, wir werden sehen. Ja, ich glaube, das ist halt wirklich so ein Ding, die haben halt qualitativ noch mal eine Nummer mehr als Bayern, wenn du halt siehst, was da für Spieler auf dem Platz stehen, die einfach auch Jahre Erfahrung haben, die halt vor allen Dingen auch schon viele Titel gewonnen haben, nicht zu Unrecht. Also das wird halt schon noch mal eine Herausforderung mehr werden. Es ist genau so. Du hast vollkommen recht, das wird. Aber ich finde es total cool, dass er das auch noch mal gesagt hat. Es ist irgendwie schon, und du kannst es einfach nicht wegreden. Natürlich ist es irgendwie so, ja, kann ein Testspiel sein oder so, aber im Endeffekt ist es schon absurd, dass die Eintracht im fucking Supercup, im europäischen Supercup ist und irgendwie guckt man sich das, wir gucken uns, also ich meine, keine Ahnung, wer Fußballnerd ist, der guckt sich halt ja jeden Scheiß an. Und er guckt sich dann natürlich auch diesen Quatsch-Supercup an und dann denkt er, ja gut, dann gucke ich mal. Aber da treten normalerweise nur Mannschaften auf, jo, jetzt Liverpool gegen Real oder was weiß ich, Sevilla, irgendwie Sevilla-Dauerabo oder irgend so gegen irgendeinen Champions-League-Sieger. Guckst du halt mal und da passiert ja nichts mega Spektakuläres, aber dass die Tatsache jetzt so ist, dass die Eintracht, dein Herzensverein, wirklich in einem Pflichtspiel, und das ist es ein Pflichtspiel, gegen Real Madrid spielt und die Möglichkeit hat, mit nur einem Spiel auch in der Saison 2022-23 einen Pokal zu holen, jetzt schon. Einen internationalen Pokal? Ist nicht ganz so verkehrt. Also ich finde, es ist schon grandios und ich glaube, ich habe jetzt schon wieder gesehen, über 8000 Fans scheinen sich schon wieder auf den Weg gemacht zu haben. Das ist geil, das feiere ich, das liebe ich, das ist auch Eintracht Frankfurt und die werden auch morgen bei diesem Spiel, wird es richtig gut bei den Fans, die haben alle Bock und das ist, worauf es ankommt und ich hoffe einfach, das wird auch nicht aufgerissen bekommen, spielerisch. Du sprichst mal einen wichtigen Punkt an, also auf den Rängen, klarer, vielleicht nicht ganz so mengenmäßig dominant wie gegen Barcelona im Camp Nou, aber definitiv ein, klar, in Händen der Eintracht-Fans, ich glaube, von den, ich glaube, jeder Verein hatte knapp 10.000 Karten zur Verfügung, davon haben Real-Fans irgendwas um die, ich habe unterschiedliche Zahlen gehört, irgendwas zwischen 12 und 1800 Karten abgerufen, was wohl auch daran liegt, dass natürlich im Spanischen diese Auswärts-Fahrszene jetzt nicht so ganz so populär ist, wie sie in Deutschland und primär halt auch bei der Eintracht ist, also die Ränge werden da schon klar in eine Richtung gehen, was sicherlich auch nochmal ein gewisser Faktor sein wird, wenn da jetzt einfach der Support, der von den Rängen kommt, auch nur im Entferntesten an das rankommt, was da am Freitag gegen die Bayern geleistet wurde und ich glaube sogar eher, dass es nochmal über das drüber hinausgehen wird, dann ist das schon eine gewisse Motivation. Aber auf der anderen Seite darfst du halt auch nicht vergessen, ich glaube, Real kennt das auch, ausgefiffen zu werden, gerade auch gegen den Rivalen Barcelona werden, die das erlebt haben und am Ende des Tages wird denen sowas wahrscheinlich auch ein bisschen egal sein und wenn die da einmal ins Rollen kommen, dann haben die wahrscheinlich auch mit zwei Kombinationen und zwei Buden da reingedrückt, also es wird sehr spannend sein, wie dieser Spielverlauf da einfach ist. Ja, definitiv. Yes, yes. Und dann kommen wir jetzt zur eigentlich spannenden Frage, nämlich die Frage nach der Aufstellung und ich wäre ja persönlich dafür, da ja Patrizia bei unserer ursprünglich geplanten, wir machen unsere Aufstellung für die Saisonfolge nicht dabei war, dass sie jetzt anfangen darf, die Aufstellung für das morgige Spiel zu machen. Okay, dann fange ich im Tor an und stelle Kevin Trapp auf. Und in der Abwehr, liebe Patrizia. Ja, also System stellen wir nicht um, haben wir schon gesagt, hat Oliver Glasner schon gesagt, von daher gewohnt, die Dreierkette. Ja. Die spannende Frage ist, dürfte Smallschilds spielen oder ist er aus irgendwelchen total unerfindlichen Gründen hier auch wieder gesperrt? Weiß ich nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass er spielen könnte eigentlich, oder? Ich würde es geil finden, nur so ein Running Gag, dass er jetzt einfach für alles gesperrt ist. Irgendwann 2014 in der Jugend mal irgendwie heimlich in der Nase gebohrt hat. Ja, auf jeden Fall. Also Wildpinkel. Wildpinkels Mollschild. Genau, in Hildenki irgendwo in Schweden, Finnland, whatever. Finnland. Hinterm Baum gepinkelt und Elch hat sich erschreckt und deswegen ist er für zwei Spiele in dem Land gespielt. Darf nicht einreisen. Ja, noch besser. Darf nicht einreisen. Das ist auch maximal absolut die ganze Nummer. Nur mit doppelter Unterhose. Da hatten wir Angst auf jeden Fall. Und Windel. Ja. Nee, also keine Ahnung. Ja, das ist schwierig. Aber Abwehr, würden wir sagen, gleiche Variante in Nika, Tuta und wahrscheinlich Touré ist so das Offensichtlichste. Jo. Ja, würde ich sagen. Und dann, Patricia? Ja, rechts Knauf. Und links, habe ich ja schon gesagt, würde ich persönlich Lenz aufstellen, eben wegen dieser defensiven Komponente. Ja, wird so oder so schwierig genug. Also Real hat auch zum Beispiel einen Vinicius auf den Flügeln. Das ist ein sehr, sehr schneller, gefährlicher Spieler. Ja, da war ich mit auch gelaufen. Gleichzeitig musste irgendwie Benzema noch verteidigen im Zentrum vorne. Also ich glaube, die Abwehr wird so oder so genug zu tun haben. Ja. Aber ich glaube, um nicht komplett offen zu stehen, würde ich da Lenz hinstellen. Ja. Ja. Marvin? Erstmal. Das würde ich tatsächlich auch nichts anderes machen. Normalerweise, also jetzt in der Bundesliga, mal gucken, wie es dann gegen die Hertha ist. Da würde ich tatsächlich schon sagen, probier es doch mal mit Götze auf der linken Seite. Aber so, dann könntest du nämlich auch Kamada dann reinrücken lassen in der Offensive. Aber so ist es mir, es ist mir nichts. Also, also die Sache ist, wenn du zurückliegst, also wir müssen, wir müssen gleich über den Sturm sprechen. Da würde sich nämlich theoretisch dann einiges wandeln. Aber ich sag mal so, wenn du jetzt, du kannst natürlich übrigens auch Randall Kolomohane auf die Rechtsaußenposition, den haben wir vorhin vergessen, auf die Rechtsaußenposition, der hat er auch schon oft gespielt. Das heißt, er könnte knauf nach links rücken. Aber so oder so ist das eine wesentlich zu offensive Aufstellung für den Gegner, der da heißt Real Madrid. Insofern ist Lenz auf der Linksposition schon die sinnvolle und rationale Option. Ich glaube, du brauchst halt wirklich erstmal ein bisschen solide Defensive, wie Patricia gesagt hat. Sie haben halt auch wahnsinnig schnelle Spieler auf den Außen. Ich kann mir zwar ein Laufduell Lenz gegen Vinicius Junior, weiß ich nicht, also ist glaube ich auch schon relativ klar, wer da auf dem Papier der Sieger wäre, aber allein die Möglichkeit zu sagen, okay, wir können, wenn jetzt Lenz mal nach hinten geht, auch das Spiel dann variabel in so eine Viererkette irgendwie kurzzeitig verschieben, weil du ja Touré als rechten von den drei Innenverteidigern hast, hast du halt schon auch ein bisschen Möglichkeit, da so ein bisschen rumzurotieren auf dem Feld, wäre das wahrscheinlich von der Ausgangslage und um erstmal eine gewisse Sicherheit zu bringen, schon so die sinnvollste Variante. Das ist es, man braucht ein bisschen Ruhe, man muss da aufpassen, dass man nicht wieder früh unter die Räder gerät, weil das hast du ja auch gegen die Bayern gemerkt, da war sehr schnell dann doch diese zwei Tore nach zehn Minuten, das ist, das müssen wir unbedingt verhindern, weil du hast immer die Qualität nach vorne und da habt ihr es richtig gesagt, die ist da und Marvin, ich bin auch gespannt gleich, wie du dann weiter oder auch gerne Patricia, wie du dann weiter ausstellst, weil hier wird es spannend, du musst super effizient sein, du musst die Tore vorne machen und wie man so schön sagt, lange die Null oder zumindest wenig Gegentore hinten fangen, weshalb wen würdet ihr im Mittelfeld erstmal aufstellen? Jetzt lass es mal defensives Mittelfeld machen, was ja am Wochenende gegen die Bayern, wo ja der Plan war, da in der Mitte auch irgendwie zuzumachen, auch nur so semi-gut funktioniert hat, wie Patricia vorhin ja auch schon erwähnt hat, da sind ja auch Pässe relativ easy durchgekommen, da hatten wir ja die Variante Rode gegen Sow, wäre das trotzdem eure Aufstellung oder würdet ihr da was ändern? Ich finde es lustig, dass du gesagt hast, Rode gegen Sow, so als hätten die gegeneinander gespielt und das könnte vielleicht erklären, warum das nicht so gut lief gegen die Bayern. Achso, Entschuldigung, dann habe ich mich da missverständlich ausgedrückt. Ja, alles gut, Rode und Sow. Sow ist gesetzt. Ich tue mich da gerade auch schwer, wen man denn daneben stellen soll. Ich muss sagen, mir hat es mit Kamada sehr gut gefallen gegen Magdeburg, wäre aber, glaube ich, gegen Real Madrid nicht meine präferierte Wahl im defensiven Mittelfeld. Ja, Ja, also es ist halt sehr, sehr offensiv dann, ne? Du hast halt Sow, der eigentlich mehr ein Achter ist und Kamada, der eigentlich ein Zehner ist. Ja, das kommt dann halt so ein bisschen drauf an, wie du spielst, aber vielleicht ist das auch so ein bisschen das, worauf Marvin gleich drauf hinaus will, wenn du halt sagst, dass du hinten sehr kompakt stehst und Len sich halt eher defensiv orientiert, hast du ja schon nicht drei, sondern halt vier, die da hinten eher unterwegs sind. Wenn ein Sow sich dann auch, ja, oder auch ein Kamada, wäre sogar fast noch egal, wenn von denen sich auch noch einer eher weiter zurückzieht, hast du fünf Spieler und mit einem Kamada hättest du halt auch jemanden, der halt dann auch mal den Pass spielen kann. Ja, das ist also tatsächlich auch gerade entstanden mit dem Gedanken schon ein bisschen an die Offensive, weil ich schon wieder überlegt habe, wen lasse ich denn da raus? Ja, ich verstehe. Und Kamada hat ja irgendwie auf wundersame Art und Weise gar nicht gegen die Bayern gespielt, was mich irgendwie verwundert hat. Ja, das stimmt. Weil der halt wirklich richtig gut war gegen Magdeburg. Ja. Deswegen, also ich fand das ganz spannend, den auszuprobieren auf dieser für ihn neuen Position. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Deswegen spiele ich mit dem Gedanken gerade, weiß aber nicht, ob es nicht vielleicht einfach die safere Variante wäre, dort eben einen Jakic oder einen Rode spielen zu lassen. Jakic wäre dann ja wirklich so diese Kämpfer-Variante. Rode weiß ich nicht, der hat schon gegen Bayern gespielt. Das hat erstens nicht so gut geklappt. Zweitens weiß ich von der Fitness her nicht, macht der das nochmal mit direkt ein paar Tage später. Ja, da sind so Gedankengänge. Also ich weiß nicht, wen präferiert ihr? Ich bin da sehr hin und her gerissen. Ich lasse erstmal die anderen. Ich habe da mittlerweile eine klare Meinung, aber ich würde erstmal Marvin und Dennis gerne hören. Ich bin ganz anders. Also ich hätte aber schon, nee, es ist echt schwierig. Ja, ich hätte ganz gern so eine unfassbare Baba-Lösung auf der Position. Und wir haben über Rode gesprochen. Ich gehe mit Jakic und So. Okay. Dennis? Also ich muss sagen, ich würde dann in dem Fall Rode präferieren. Aber das große Problem, was ich sehe, René, du hast was angesprochen gehabt. Ich finde die Lösung mit Kamada eigentlich sexy, weil im Endeffekt du schön auch mit Lenz eh ein bisschen defensiv, vielleicht dann Viererkette und brauchst aber trotzdem vorne eigentlich einen Abräumer noch. Und da ist sowohl ein So als auch ein Kamada dann, glaube ich, nicht so wirklich zu gebrauchen. Deshalb denke ich, dass du Rode doch auf der Position brauchst. Ja. Und nach vorne hin, ja, das ist, ich glaube, die Offensivarbeiten und wir werden sehen, dass ein Rode wahrscheinlich wieder nur für eine Halbzeit kommen kann. Wenn du bis dahin nicht komplett gnadenlos wieder 5-0 hinten liegst und dann vielleicht auch Möglichkeiten hast, nochmal ein Kamada, obwohl er kein Einwechselspieler ist, das wissen wir auch alle, ja, muss man schauen. Also ich hätte ihn eigentlich gerne in der Halbzeit gebracht, um da nochmal vielleicht ein kreatives Mittel über die Mitte dann bringen zu können, vielleicht da vorne den einen oder anderen noch in Szene setzen zu können, gerade schnelle Spieler. Aber wie gesagt, ich würde anfangen mit Rode und befürchte aber eh, dass er maximal für eine Halbzeit zur Verfügung steht. Ja. Also ich wäre jetzt dann doch bei der Variante Kamada und so. Ich kann euch auch kurz erklären, warum. Zum einen ist für mich Kamada mittlerweile gar nicht mehr so schlecht, was das Thema Balleroberung angeht. Der hat sich da auch nochmal ordentlich entwickelt und wenn er den Ball hat, ist ja auch, finde ich, einer der Spieler und das hatte ja auch Klaasner in dem Interview gesagt, der dann auch extrem gut in der Ballsicherung ist. Also ist ein extrem starker Spieler im Spiel mit dem Ball. Also ich glaube, der kann den Ball auch durchaus dann mal halten. Und gut, ich habe jetzt nicht so viele Realspiele in der Vergangenheit gesehen, aber so ein hartes Pressing, wie die Bayern das am Wochenende gespielt haben, spielt Real eigentlich nicht. Also er wäre wahrscheinlich nicht so diesem Druck ausgesetzt und könnte aber halt dann auch so ein bisschen diesen unberechenbaren Pass in die Offensive spielen und mit Lenz hätten wir ja auch tendenziell jemanden, der dann eher auf die Defensive ausgerichtet wäre. Von daher würde ich wirklich dann mit der Variante Kamada und So gehen, auch wenn es natürlich ein gewisses Risiko hat. Aber ich glaube, dass du das kompensiert kriegst. Drei Varianten. Marvin sagt Rode und So, nee, Jakic und So, Dennis sagt Rode und So, ich sage Kamada und So, Patricia, du musst entscheiden. Ganz einfach. Ja, ich habe vorhin schon gesagt, ich kann mich nicht entscheiden und ihr sollt mir sagen, was ihr präferiert. Was seid ihr denn mir für welche? Und du musst jetzt entscheiden. Jetzt kommst du. Jetzt kommst du. Ich habe ja gesagt, ich finde auch die Kamada-Lösung charmant. Ich glaube, ich traue es mich aber ehrlich gesagt nicht. Und würde dann wahrscheinlich, also ich würde irgendwie gerne wieder Jakic und So sehen, weil das eigentlich sehr, sehr gut funktioniert hat in der vergangenen Saison. Deswegen gehe ich jetzt mal mit Jakic und dann schauen wir mal, ob je nach Spielverlauf der ein oder andere für Jakic noch eingewechselt wird. Aber ich glaube, ich möchte Jakic einfach mal wieder sehen. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht auch wieder zu riskant ist, jetzt zu sagen, okay, der hat jetzt eigentlich gar nicht mehr von Anfang an gespielt, jetzt soll er gegen Real starten, aber es ist wenigstens ein klarer, zentraler, defensiver Mittelfeldspieler, der auch wirklich so ein bisschen diese Physis mit reinbringt, der auch so ein bisschen mehr diese Abräumerrolle spielt. Und ich glaube, ja, wenn ich mich schon nicht festlegen kann, habe ich gerne beides im Mittelfeld. Dann kann So wieder die Pässe übernehmen und so ein bisschen das Offensivspiel und die Spieleröffnung. Und Jakic kann sich so ein bisschen aufs Abräumen konzentrieren, weil ich glaube, da gibt es genug abzuräumen bei der Mannschaft, die gegen die Eintracht auflaufen wird. Es war ja auch solide, als er eingewechselt wurde am Wochenende gegen die Bayern. Es war jetzt nicht überragend, was Jakic auf den Platz gebracht hat, aber auch nichts. Also gehe ich auf jeden Fall auch mit. Und gegenüber stehen halt Spieler wie Casemiro und Toni Kroos. Und also, ja, das wird alles schwierig genug, muss ich sagen, aber ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, wie sich Glasner entscheidet am Ende, weil ich finde, für alles gab es jetzt Argumente, die auch, ja, alle irgendwie Sinn ergeben haben, meiner Meinung nach. Ich bin jetzt erstmal gespannt, wie unsere Offensive aussieht. Marvin, du hattest ja schon angedeutet, du hast da Überlegungen. Lass uns doch mal an deinen Überlegungen teilhaben. Genau, also ich würde dadurch, dass wir jetzt keine Spiele dann nach unten geschoben haben, würde ich jetzt wieder mit Lindström und Kötze verfahren. Ja. Nee, doch, doch würde ich so machen. Und würde tatsächlich aber Boree rausnehmen und auf die Schnelligkeit von Randall Kolomohani setzen. Ja. Ja, genau. Im Chat wurde übrigens vorhin angemerkt, dass das, wenn man das, dass man das Französisch und nicht Englisch aussprechen muss und dass das dann Rondal heißt. Ich bleib dabei tatsächlich, weil ich Randall unfassbar geil finde, aber auch nur als persönliche Präferenz. Ich finde Randall viel cooler und nicht Rondal, aber das soll jedem selber überlassen sein. Marvin sagt, das ist jetzt hier jedem selber überlassen, wie man Namen ausspricht. Aber ich spreche da so. Finde ich gut. Finde ich super gut, Marvin. Deine Mutter hat dich Rondal genannt, das ist mir sowas von egal. Randall ist viel cooler, Mann. Ja. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ich weiß, es geht auch viel besser über die Lippen. Randall. Ja. Rondal. Ja, Alter, wir sind halt jetzt nicht mehr in Frankreich. Wir sind hier in einem ehemals amerikanisch besetzten Gebiet, wo man gerne Dinge auch englisch ausspricht. Frag mal in den Osten, da heißt jetzt jeder Justin und sonst irgendwie so. Und da wird Mike auch noch mit AIK geschrieben. Und das ist auch in Ordnung, weil wir sind tolerant. Aber dann muss man auch mir gegenüber tolerant sein, dass ich sage, Randall ist eigentlich Randall aus. Großartig. Sehr gut. Ich lache. Also, ist das ein Zufall, dass sich Randall auf Mendel reimt? Ich weiß es nicht. Denk mal drüber nach. Hast du Randall, Kolomuani und mich schon in den gleichen Raum gesehen? Denk mal drüber nach. Ich habe ja auch Beratergebühren. Vielleicht heißt auch Mendel, Kolomuani. Ja, das ist alles möglich. großartig. Oh Gott, großartig. Warum denkst du vor der ganze Zeit? Beratergebühren. Beratergebühren. Also, du sagst Offensive, Götze Lindström, Moani. Dennis, Patricia, habt ihr da andere Präferenzen? Ich habe auch mit dem Gedanken gespielt, Moani spielen zu lassen statt Boré aus ähnlichen Gründen wie Marvin. Bin mir aber irgendwie noch nicht so ganz einig, wer dann die Doppelzehn bilden soll. Ich bin ja ein sehr großer Lindström-Fan, aber irgendwie sehe ich auch Kamada für dieses Spiel und ich würde aber auch Götze nicht auf die Bank setzen. Von daher habe ich jetzt das Problem. Weshalb ich jetzt ehrlich gesagt sage, René hat das schon ganz clever gemacht, Kamada schon auf der Doppelsechs mit reinzunehmen. Nee, ich glaube, ich würde Kamada Götze einfach nur fürs Gefühl, weil ich glaube, dass Lindström eher ein Einwechselspieler ist als Kamada und dann halt im Laufe des Spiels in der zweiten Halbzeit gewechselt werden muss sowieso und dann kann Lindström nochmal mit seiner frischen, schnellen Art reinkommen und für neue Impulse sorgen, während dann Götze oder Kamada, wer auch immer, dann die wohlverdiente Pause bekommt, auch mit Blick aufs Wochenende. Von daher ja, Götze, Kamada und vorne Mwani. Götze, Kamada, Mwani. Okay, Dennis, wie würdest du aufstellen? Das mit der, wer ist der bessere Einwechselspieler ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, den man nicht verschätzen darf. Gerade Kamada finde ich da, ist jemand, der sehr bockig ist, wenn er eingewechselt wird und oft nicht so richtig ins Spiel kommt. Also, ich kann mich mit der Variante von Patrizia auf jeden Fall anfreunden. wobei, ja, nein, also Götze ist für mich auf jeden Fall jemand, der die Kreativität brauchen wir in so einem Spiel auf jeden Fall. Mwani hat jetzt gezeigt, zum wiederholten mal eigentlich ja gezeigt, dass er wirklich da vorne abräumt und ja, dann muss vielleicht Linström mal für Kamada weichen. Gehe ich mit, ist in Ordnung. Ja, ist mir auch wichtig, dass dann auf jeden Fall Mwani spielt, eben wegen der Schnelligkeit. Also, wenn man bedenkt, wenn du Linström schon rausnimmst, der ja ziemlich flink unterwegs ist und eben auch dieses läuferische Element mit reinbringt, während Götze und Kamada finde ich beide eher so die Techniker sind, die mit dem guten Auge, die mit den guten Pässen, würde ich da auf jeden Fall noch so einen temporeichen Spieler mit reinstellen und von daher, wie Marvin schon richtig sagte, Mwani. Wichtig, wichtig, Patrizia, hast du gerade gesagt, weil eben Kostic nicht mehr mit Flanken zur Verfügung steht, musst du auf jeden Fall schauen, dass auch jemand von die Leute bedienen kann. Das ist schon, ist ein wichtiger Punkt, dass du einfach Kreativität hier hast. Nein, finde ich gut, auf jeden Fall. Ich könnte mit beiden Varianten gehen, finde aber auch den Punkt mit, wer wäre der bessere Einwechselspieler, einen sehr validen und könnte mir deswegen vorstellen, dass Kamada dann da den Vorzug bekommt, gerade auch, weil er ja gegen die Bayern jetzt gar nicht gespielt hat. Er wurde geschont, jetzt haben wir es doch, die Lösung. Wir wissen jetzt, was los ist. Weil es war doch schon, es war ja schon strange, dass er, er war aber im Kader, oder? War er gar nicht im Kader gewesen? Ist da irgendwas, dass er verletzt ist? Ich glaube, Ich meine, der wäre im Kader. Er hatte Geburtstag an dem Tag, ich weiß nicht, ob er ein Päuschen bekommen hat, aber. Meinst du, er hat den ein oder anderen Jackie Cola vorher getrunken? Vielleicht hat er reingefeiert, wer weiß. Maybe. Wir haben ihn nicht getroffen, zumindest nicht danach. Ich wollte gerade sagen, ihr seid danach feiern gegangen, nicht davor. Das ist richtig. Gut, dann hätten wir doch hier eine potenzielle Aufstellung. Und dann hätte ich jetzt gerne noch Ergebnistipps von euch. Alex ist nicht da, dann machen wir weiter mit dem Nächsten, der hier bei mir in der Liste steht. Das ist Marvin. Wie geht das Spiel morgen aus? Ui, 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 ui. So ein Spiel tippen nach dem 4-0 gegen Magdeburg, ein 1-6 gegen die Bayern. Ja, das ist ein Pokaleintracht. Ja, gut, aber ihr kennt meinen unterschiedlichen Optimismus. Ich kann ja eigentlich gegen die Eintracht tippen. Deswegen mache ich das auch hier nicht. Musst du nicht. Musst du nicht. Ne, mache ich auch nicht. 2-1 für die Eintracht. 2-1 für die Eintracht nach Verlängerung. Oh. Nach Verlängerung. einfach nur, weil ich richtig mir Schmerzen bereiten will richtig, okay, verstehe aber geil, stell mal vor, 2-1, wir gewinnen das Ding ach du je nächste Party, nächster Pokal und ich glaube 4 Millionen gibt es dann aufs Konto oder 4,5 das wäre nicht schlecht, aber auch ein neuer Pokal ist halt auch geil und dann kriegen wir wieder einen auf den Sack gegen die Hertha, ja we know the deal wäre dann die logische Konsequenz Patricia ja, ich will auch nicht gegen die Eintracht tippen, aber ich hab ja eigentlich glaube ich nicht dass die Eintracht gewinnt aus rationalen Gründen, möchte aber nicht gegen sie tippen, deswegen gehe ich auch mit dem Verlängerungstipp und gehe aber auf ein torreicheres Spiel und zwar ein 3 zu 2 für die Eintracht es geht mit 2 zu 2 in die Verlängerung und dann macht irgendjemand ich weiß noch nicht genau wer vielleicht sogar ich glaube Alario wird eingewechselt und macht das 3 zu 2 in der Verlängerung und dann hat die Eintracht den Supercup gewonnen ja wäre gut aber achso ich hoffe eigentlich nicht auf Verlängerung weil ich würde auch gerne am Wochenende was gegen die Hertha mitnehmen und jede Minute die länger gespielt wird macht das irgendwie unnötig schwer muss ich sagen zumal man ja auch direkt am Samstag wieder spielt was irgendwie ein bisschen auch so ein bisschen absurd ist eigentlich blöd gelegt ist keine Grüße an die DFL Dennis ja also dann Patricia sagt es richtig trotzdem ich gehe davon aus wir gewinnen 6 zu 5 nach Elfmeterschießen sehr geil gewesen hättest du gesagt na 90 Minuten er hat so ausgeholt ich hab auch gesagt dass es jetzt kommt so okay total übertrieben wäre schön nein also ich könnte ich mir vorstellen dass das im Endeffekt wirklich hier bis zum bitteren Ende gezogen wird und wir haben ja gezeigt dass wir es können die Eier sind da wenn man das mal so ordinär sagen darf und nein Entschuldigung Entschuldigung ja aber nein das ist was ich glaube so ein Trapp und Boré und wie sie alle heißen ich hab vorhin schon gesprochen Lenz also die können es alle und dementsprechend warum nicht nein also in der normalen Spielzeit irgendwie 1-1 1-1 weiterhin nach der Verlängerung und dann Elfmeterschießen Zitter Sieg 6 zu 5 und trotzdem sind alle glücklich auch wenn das natürlich schon wie du sagst Patrizia fürs Wochenende ein gewisser Super-GAU wäre aber das nehmen wir dann mit glaube ich genau im Chat hat der Ilja gerade eben noch kurz ergänzt dass die Aufstellung des Abschlusstrainings heute Morgen Trapp-Touré Tutor ein dicker Knauf-Jakic Soul-Lenz Kamada-Linström-Boré war ah ja okay aber auch wieder Boré auch wieder Boré ja mehr Pressing weiß ich nicht was war vorhin Kamada-Linström-Boré kein Götze korrekt oh okay vielleicht braucht er ein Päuschen vielleicht braucht er ein Päuschen vielleicht hat er auch nochmal irgendwie an der Taktiktafel irgendwie überlegt welchen Pass er spielen kann so wir waren aber gerade noch bei den Ergebnistipps ich bin nicht ganz so euphorisch wie Dennis ich sage wir gewinnen 5 zu 4 nach Elfmeterschießen es geht 120 Minuten 0 zu 0 aus jeder hat sich irgendwie 13 Haarbüschel ausgerissen 15 Mispelchen getrunken und 3 Bier und dann gewinnen wir im Elfmeterschießen weil Trapp wieder einhält boah bei dem 0 zu 0 die Chancenverwertung würde ich gerne sehen weil ich glaube schon da wird auf beiden Seiten oder zumindest auf der aufs Tor von Kevin Trapp so einiges einprasseln aber stell dir vor die treffen einfach nicht ja am Ende machen es Courtois und Trapp unter sich aus also der Giganten korrekt korrekt und dann aber was macht was macht Manuel Neuer dann wenn Kevin Trapp zwei internationale Pokale nach Hause geholt hat wo ist denn dann die Begründung dass Fliegenfänger Neuer ich will komplett übertreiben jetzt hier Fliegenfänger Neuer dann noch ein Jahr bei der Weltmeisterschaft macht das Weltmeisterschaft ja ist ja ich bin nicht verfolgt ich bin echt ich hoffe dass ich das nicht verfolge es gibt bereits jetzt keine Begründung mehr Marvin es gibt wirklich keine aber ich würde sie trotzdem gerne lesen die Begründung die sie dann da aufschreiben um uns das schickt genau liebe Hörer bitte schickt uns mal eure Begründung liebe Leser aber schickt nicht aber schickt auf jeden Fall schickt auf jeden Fall nicht die die weinerliche Kitty FC Bayern Timeline Boy oh boy ich habe letzte Woche vor ein paar Tagen ein Feed rausgehauen da habe ich irgendwie geschrieben kann ich nicht verstehen wenn man im Ruhrgebiet ist wohnt dass man dann irgendwie Bayern fern ist Alter was bekommen hier von lauter von lauter zwölf und dreizehnjährigen noch weinerliche Kommentare Jahre ist ey dann bist du doch Bayern-Fan ist mir doch scheißegal ich kann es doch nicht verstehen aber es ist mir doch voll egal ob die Leute jetzt Bayern-Fan sind aber ich kann es halt einfach nicht verstehen und dann äh ich bin schon seit zwei Jahren Bayern-Fan und einer ja Poldi und Schweini waren so cool ja ist doch schön aber laber mich doch in den Kommentaren nicht voll eieiei manche Leute das ist doch ich verstehe es nur nicht ich habe nichts dafür wenn ihr irgendwie in München wohnt oder irgendwie in so ödländischen Gebieten wie unterhalb Münchens dass man nichts anderes hat als die beiden ist ja vollkommen okay aber naja Menschen ist einfach großartig heute diese Sendung herrlich ja damit haben wir die Tipps auf jeden Fall ist klar die Eintracht gewinnt den Supercup und das wäre ja auf jeden Fall schon mal ein viel besserer Start in diese Saison 22-23 ernst gemeinte Frage ich kann mir aber schon vorstellen wie die Antworten von euch sein werden möchten wir jetzt noch über die Hertha reden gut Schweigen heißt in dem Falle nicht Zustimmung sondern große Ablehnung ich nehme das zur Kenntnis und akzeptiere das weil ich ein großer Demokrat bin um mit anderer Worte Zitate zu sprechen damit würde ich sagen haben wir dann auch die Folge für diese Woche wirklich ausschöpfend rumgebracht hatten viele Themen drin haben über die Bayern gesprochen haben über die Kostage-Thematik gesprochen wir haben den guten alten Freund den Dummschwätzer der Woche wieder rausgeholt ihr dürft abstimmen wir haben uns über Hymnen und dazu passende Five-Konzerte ausgehalten oder unterhalten über die Marketingmaschine Eintracht und jetzt noch das Realspiel betrachtet also ich würde sagen diese Folge hat alles was es braucht wir machen damit den Sack zu wir wünschen euch eine wunderbare Restwoche alle die die das live in Helsinki hören und morgen vor Ort im Stadion sind sorgt für ordentlich Stimmung sodass wir am Ende diesen Pokal mit nach Hause bringen können und dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder bis dahin macht's gut Tschüss Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.